Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast. Und zwar freuen wir uns. Kai Hundertmark ist unser Gast. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Neben mir den Miesen, wie immer. Und ich bin Ingo Quendler. Ja, dich kennt man vielleicht noch oder die alten Hasen kennen dich aus Team-Telekom-Zeiten. Du warst in der heißen Zeit damals beim Team-Telekom dabei. Da sprechen wir heute auch drüber. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich zusammengekommen wegen Gravel-Bike-Abenteuer und so weiter. Du hast unsere Insel La Palma auch besucht und dann hat dir, glaube ich, bei den Strecken oder euch bei den Strecken so ein bisschen geholfen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, das wird ein vielfältiger Podcast für euch da draußen heute, weil wir sprechen natürlich über die Profiradsportzeit. Ironman ist auch ein großes Ding, was du danach gemacht hast, wo du auch, glaube ich, auch ambitioniert unterwegs warst. Und ja, dein Werdegang ist natürlich interessant. Wie wird man Profi? Das finde ich ja auch immer ganz interessant. Wie siehst du die Profi-Welt heute? Wie ist dieser Shift zum Gravel-Bike-Abenteuer? Was ist dein Job im Moment? Wie bist du vom Radsport in die normale Berufswelt reingekommen? Wir sehen da auch schon ein Fahrrad stehen. Also da hast du vielleicht auch ein bisschen was mit zu tun, mit so einem Stork-Fahrrad, mit der Marke. Und ja, ich glaube, das wird ein ganz spannender, abwechslungsreicher Podcast mit vielen tollen Themen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir haben uns jetzt zum Einstieg, das machen wir gerne mit Gästen, so ein Entweder-Oder-kleines Spielchen ausgedacht. A-B-Fragen, also eine Entweder-Oder-Frage. Also du darfst das kommentieren und darfst vielleicht auch einen Joker ziehen. Wir sind nicht so ganz streng wie andere. Aber wir gucken mal. Ich fange mal an. Nee, fang du mal an. Du kannst ja mal mit der ersten Frage hier anfangen. Vintage-Bike oder modernes Bike? Vintage-Cool bevorzug aber das moderne Bike. Okay. Straße oder Offroad? Auch schwierig. Das sind alles schwierig. Habt ihr auch einfache Fragen? Ja, ja, ja. Und wir könnten ja auch fragen. Okay. Hat beides was für sich. Straße ist natürlich für mich so im Sommer eben das Dynamische dahinrollen, die Geschwindigkeit, die mir Spaß macht. Gravel bevorzuge ich mittlerweile fast ein bisschen mehr abseits der Straße. Kein Stress, kein Verkehr. Gerade wenn ich mit Freunden unterwegs bin, man kann nebeneinander fahren, man kann sich unterhalten. Da, wo ich wohne, Rhein-Main-Gebiet, ein Riesen-Stadtwald mit super Waldwegen. 50-50 würde ich sagen, momentan, da ist auch so ein bisschen, momentan meine Leidenschaft so ein bisschen mit Bikepacking zusammenhängt, würde ich sagen, erst mal Gravel. Okay. Ja, ja. Bahn oder Cross? Da muss ich nicht lange überlegen. Straßenbahn, aber was mit zwei Rädern zu tun hat, Cross. Cross. Ach, die Autobahn meinst du? Ja, Autobahn, Straßenbahn, meinetwegen lieber noch, aber ansonsten, wenn es mit zwei Rädern zu tun hat, bevor ich wieder Bahn fahren würde, auf jeden Fall, in der Natur, im Matsch, Cross. Ja. Warum haben wir jetzt eigentlich so eine komische Frage hier zwischen dem ganzen Fahrrad? Hund oder Katze? Er wollte doch einfache Fragen haben. Auch ganz einfach, weil ich bin ja heute Mittag da auf dem Weg dahin, einen Nachfolger für den Verstorbenen abzuholen. Hund auf jeden Fall. Meine große Leidenschaft und ist auch in der Familie so ein bisschen mit drin. Meine Frau, Tierärztin, behandelt natürlich auch Katzen, aber große Liebe, vier Chihuahuas und jetzt kommt wieder die Docke dazu. Auch den holst du jetzt ab, wenn du hier fertig bist. Heute auf der Rückfahrt in Richtung Frankfurt gibt es wieder eine Docke dazu. Sehr schön. Deswegen bist du mit dem Auto gekommen. Absolut. In Zug wärst du dann mit einer jungen, neuen Docke. Wir wollten dich vom Bahnhof abholen, weil du gesagt hast, ich komme mit dem Zug und dann hattest du gesagt, ich muss doch mit dem Auto kommen, haben wir gar nicht hinterfragt. Ja, sowohl das Fahrrad war nicht so ganz einfach im Zug mitzunehmen, vor allem auf der Rückfahrt, Hinfahrt hätte ich es mitnehmen können. Aber als ich das dann auch noch angeboten habe, die Docke abzuholen, war klar, mit dem Auto und das neue Familienmitglied mitnehmen. Wie alt ist die Docke dann jetzt? Die ist ein halbes Jahr alt. So ein bisschen aus dem Tierschutz, tut mir was Gutes und wie gesagt, freu ich mich. Ja, du hattest die Frage gestellt. Naja, tubeless oder Schlauchreifen? Auch da, kurze Erklärung, Rennrad, auf jeden Fall normale Drahtreifen, wie man sie früher genannt hat, also mit Schlauch. Bin ich noch nicht so überzeugt von tubeless. Gravel, Mountainbike, auf jeden Fall tubeless. Und Schlauchreifengeschichte? Schlauchreifengeschichte, zu viel Kleberei-Geschichte. Okay. Scheibenbremse oder Felgenbremse? Das sind alles so Fragen, die kann ich nicht mit entweder oder einsparen. Ich sehe schon, wir haben uns ja viel mehr mit ihm. Also ja, das sind gute Fragen. Also persönlich, auf meinem Rennrad fahre ich noch Felgenbremse. Bei meinem Beruf, wenn ich das den Leuten erkläre, sage ich auch so ein bisschen als Begründung, ich bremse eigentlich nur an der roten Ampel und vor der Haustüre. Ansonsten bin ich froh, wenn es rollt und da brauche ich keine Scheibenbremse. Wiederum, wo ja der Trend heute hingeht, ist mit der Vollintegration. Und das sieht deshalb super clean aus. Das kann man nur mit einer Scheibenbremse machen. Auch da eigentlich 50-50, ganz schwere Frage. Da ich aber momentan auf der Straße noch selbst Felgenbremse fahre, bleibe ich mal im Retro-Look-Felge. Aha, okay. Von einem gemeinsamen Freund habe ich diese Frage bekommen, den du auch kennst, Bastian. Ja. Jedes Gramm zählt oder auf die paar Gramm kommt es gar nicht an? Da ist es am Körper so schwer im Abnehmen. Am Körper war es, glaube ich, nicht gemeint. Das war ja irgendwie, da ich sie am Körper so schwer einsparen kann, versuche ich sie natürlich an meinem Rad einzusparen. Also jedes Gramm zählt, weil es ist immer nur Battle. Gerade wenn ich mit Basti, wir machen immer Abenteuer und Sport zusammen, nicht nur auf Zweirädern, auch auf Skier. Und es geht immer in unserem Chat, was wiegt, wer hat was Leichteres. Jedes Gramm zählt. Das wusste ich im Vorfeld natürlich schon, dass das passiert als Antwort. Und Bastian Krause lacht sich immer kaputt, wenn er dann irgendwie sagt, er kämpft um jedes Gramm, aber am Flughafen, wenn er eincheckt, hat er immer das schwerste Gepäck. Ja, das kommt dazu, ja. Weil ich dann zu viel Equipment habe und das Leichtesten am Ende summiert es ist. Wenn man leichtes Equipment hat, kann man ja auch mehr mitnehmen. Ja, gut, aber dann ist es nicht mehr ganz so leicht am Ende, das stimmt, ja. Bastian Krause, wer es sich noch erinnern kann, war hier auch schon im Podcast, in dem Bike Leasing Podcast. Deswegen da den Bezug noch mal herstellen. Hört euch die Folge gerne an, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Kommen wir zur nächsten Frage. Mallorca oder Kanaren? Jetzt sag nicht wieder 50-50. Auch da. Rennrad, Mallorca hat weniger Wind und die Insel kenne ich aus wie meine Westentasche. Kanaren finde ich mehr Wind, aber sehr, sehr schöne Gegend. Gerade unser Gravel-Trip, Bikepacking-Trip war ja auf den Kanaren und das war wirklich cooles Abenteuer. Ganz wenig Verkehr, schöne Landschaft habe ich von den Kanareninseln, die ich selbst kannte, nicht so gekannt. Die waren so ein bisschen mehr Einöde. Jetzt Inseln kennengelernt, die wirklich abwechslungsreich, wunderschöne Natur. Fürs Auge auf jeden Fall Kanaren. Socken über oder unter Beinlingen? Oh, das ist ja eine Style-Frage. Ich wünsche mir eine einfache Frage. Ich war immer natürlich unter den Beinlingen, so bin ich groß geworden, aber musste dann natürlich in der heutigen Zeit, selbst von meiner Tochter, die auch Triathlon betreibt und jeder hat mich darauf aufmerksam gemacht, sie müssen über die Beinlingen, sie müssen ja auch jetzt länger sein, mittlerweile bunte Socken und über die Beinlingen. Ich hätte es gar nicht gewusst, wie man es macht heutzutage. Heutzutage drüber und natürlich muss ich dem Trend folgen, bunt, längere Socken und über die Beinlingen. Wer war denn jetzt dran? Ich, ne? Gemüse oder Steak? Puh, kurze Zeit war ich Vegetarier, weil meine Frau Vegetarier ist. Dann bin ich vom Vegetarier zum Flexitarier so ein bisschen abgedriftet und mittlerweile so mit Einstellungen 80% vegetarisch, wenn ich Fleisch esse, eigentlich nur Rindfleisch, wo ich weiß, dass es im besten Fall totgestreichelt wurde. Okay. Iso oder Wasser? Weder noch Iso, hatte ich mein Leben lang getrunken in Wettkämpfen und alles, nur so Mittel, Wasser schmeckt nach nichts. Am liebsten Wasser mit irgendeinem Schuss Geschmack, gern mal Sirup oder sowas. Aber da ich nur noch zum Spaß an der Freude fahre, meistens Wasser mit einem Schuss, auch manchmal Zitronensaft oder irgendwas, Apfelsaft. Einfach nur, ich mag ein bisschen Geschmack im Getränke. Okay. Berge oder flach? Bergab, ansonsten eher flach. Geht das auch? Willkommen auf den Kanarischen Inseln, das haben wir ja noch als Thema. Also dann war La Palma, war ich sehr überrascht, dass es doch sehr viel hoch geht auf den Kanaren. Da werden wir ja noch, da freue ich mich auch richtig drauf. Sehr gut, sehr gut, ja. Dann haben wir jetzt Stahl oder Aluminium? Wenn die Frage nur Stahl oder Aluminium, dann sage ich Stahl, filigraner, edler, feiner, nicht so aufgeblasen. Es war auch nicht nach Carbon oder Titan gefragt. Ja. Das kommt nämlich jetzt. Ah, okay. Titan oder Carbon? Carbon. Okay. Shimano oder Kampa? Uuuuh. Vor allem, da steht sein Rad hier mit SRAM. Das ist genau das Rad, was du auf den Kanaren gefahren hast. Genau, genau. Also in dem Fall mit SRAM. SRAM und sogar ganz neue Technik Classified, dann noch Nabenschaltung. Okay, ich will kurz auflösen, warum frage ich jetzt nicht nach SRAM? Weil zu deiner Zeit, wo du bei Motorola warst, weiß ich, bist du Shimano gefahren. Zu deiner Zeit, als du bei Team Telekom warst, weiß ich, bist du Campagnolo gefahren. Deswegen die Frage, ich frage Shimano, Kampa. Genau. Puff. Ich bin gerne auch so ein bisschen aus der Reihe. Kampa ist schon edel und cool, würde ich auch mal Kampa sagen. Heutige Technik ist natürlich Shimano und SRAM ganz weit vorne, aber ist schon was Besonderes, Kampa. Dann Ingo. Eddie Merckx oder Pinarello? Pinarello. Die Italiener haben doch nochmal so ein Tüpfelchen mehr Design immer in ihren Rädern. Bella Machina werden sehr oft genannt. Pinarello. Die Tour oder der Giro? Auch gute Frage. Ich war wirklich stolz, einmal die Tour gefahren zu sein. Lieber gefahren bin ich den Giro, wegen dem Essen. Ernsthaft jetzt? Absolut viel besser in Italien und deswegen habe ich jetzt erst im Nachhinein über meine Frau, die ein ganz großer Frankreich Fan ist, sie hat in Frankreich studiert, habe ich jetzt auch Frankreich lieben gelernt. Aber als Radrennfahrer, wo man sich überwiegend von Kohlenhydrate ernährt und das ist nun mal Pasta und das können die Franzosen nicht. Sie können vieles andere, sehr, sehr gut, Fisch und andere Feinschmecker-Dinge, aber Pasta können sie nicht und die Italiener können es besser und deswegen Italien. Bei dem Verfolgen der Tour, dieser jährigen Tour de France, war auch ein Interview, wo du dann auch sagst, ich kann den Reis nicht mehr sehen nach drei Wochen. Also Reis scheint aber auch jetzt aktuell immer, man hört immer Reis, Reis, Reis. Das können sie nicht falsch machen, die Franzosen. Mann, 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 Mann. Okay. Ich hatte Giro und Vuelta, jetzt bist du dran, Ingo? Nee, ich hatte Tour und Giro und Entschuldigung. Ich habe jetzt Giro oder Vuelta. Giro und Vuelta ist auch wieder eine schwierige Frage. Waren beide sehr, sehr schöne Rundfahrten. In beiden Ländern hat der Radsport einen ganz besonderer Stellenwert, Leidenschaft. Ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, in beiden Ländern hatte es sehr schöne Podium-Mädels. Also so gesehen, muss ich da fast den Joker nehmen. Also am Essen kann man es nicht ausmachen, das Essen in Spanien war okay. War auch sehr gutes Essen in Spanien, da kann man es auch nicht ausmachen. Und beide auch schwere Rundfahrten. Nee, okay. Henninger Turm oder Paris-Rouvet? Da muss ich nicht lange überlegen. Das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich Heimspiel, würde ich mal sagen. Das war eine offensichtliche Steilvorlage von uns. Aber die nächste finde ich interessant. ARD, ZDF oder Eurosport? Eurosport. Mhm. Oh ja. Jan Ullrich oder Lance Armstrong? Ich war bei beiden im Team, wie ihr es ja wisst. Und sind beide komplett unterschiedliche Charaktere. Da ich aber mehr so der Typ bin, der die Menschen achtet, finde ich, der Jan hat ein sehr, sehr großes Herz. Und Jan Ullrich. Gut. Jetzt bin ich mit der Letzten. Schwimmen oder Laufen? Schwimmen war für mich das Härteste zu lernen, als ich dann in den Triathlon ging. Also richtig zu lernen. Natürlich konnte ich vorher schon kraulen alles, aber 3,8 Kilometer ist nochmal ein Riesenunterschied. Laufen konnte ich, aber im Laufen war ich immer verletzt. Deswegen lieber schwimmen. Okay. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Aber dann haben wir ja richtig schwierige Fragen. Ja, die Fragen waren alle wirklich, eigentlich hätte ich jedes Mal den 50-50-Shoker nehmen sollen. Na gut. Bis auf die Henninger Turmsache. Ja, das genau. Wenigstens eine Frage, wo ich wirklich ganz klar war. Und hast du ja auch gewonnen. Also ich glaube, das war eine Steilvorlage, die war schon klar, dass das passiert. Genau. Gut, kommen wir jetzt zur Zeit, deine Anfänge im Profiradsport. Team Telekom haben wir schon gehört, Team Motorola, wo du mal angefangen hast und unter anderem auch mit dem jungen Lenz Armstrong gefahren bist. Bevor wir da ins Detail gehen, ist natürlich für mich immer interessant, wie kommt man zum Radsport? Hast du irgendwann zwischendurch mal gemerkt, du kannst ganz gut Rad fahren und ja, wie bist du da hingekommen? Wann hast du angefangen, das erste Mal zu merken, dass Radfahren Bock bringt? Okay. Da muss ich natürlich jetzt sehr lange ausholen. Ich hoffe, wir haben genügend Zendezeit. Nee, das ist bei mir schon so ein bisschen sehr in die Gene gelegt, sehr mit einer Historie belastet. Mein Großvater war schon Radrennfahrer und ist 1925 Deutscher Meister geworden auf der Straße und dann mein Vater musste Radrennfahrer werden vom Großvater aus, der sehr, sehr hart zu ihm war, ihn sehr unter Druck gesetzt hat und mein Großvater wollte Profi werden, nachdem er Deutscher Meister und alles gewesen ist, wollte er eben auch Radprofi werden, was so der größte Traum eines jeden Radrennfahrers eigentlich ist. Und dann hat er so hart trainiert in der damaligen Zeit und die Begleitung und alles war noch nicht so perfekt, wie sie eben heute ist, noch nicht so funktionell, dass er sich dann im Winter die Knie kaputt gemacht hat und hat dann Knieschaden gehabt und konnte nicht Profi werden. Daraufhin hat er angefangen zu arbeiten, kam aus dem Osten ursprünglich, ist nach Rüsselsheim, wo das Opelwerk ist, hat bei Opel angefangen und sein Sohn, mein Vater, musste Radrennfahrer werden. Und er wurde sehr, sehr hart, musste eine sehr harte Schule durchgehen, wenn er zum Beispiel beim Radrennen nicht gut gefahren ist und die Radrennen, die waren früher zu der Zeit, das war in den 50ern, da waren halt eben auch die Radrennen gerne mal 300 Kilometer lang in Deutschland, Amateurrennen und dann musste er teilweise mit dem Fahrrad zurückfahren, wenn er nicht gut gefahren ist. Das war eine sehr, sehr harte Schule und auch er war deutsche Spitze, Nationalmannschaft, wollte Profi werden, dann ist sein Vater gestorben und da war es eben zu der damaligen Zeit so, da war im Profisport noch nicht so viel Geld zu holen, Geld zu verdienen wie heute. Und er musste eben auch normal arbeiten gehen und ist auch zu Opel gegangen, naheliegend Rüsselsheim. Und dann war ich in der dritten Generation und da war eben das Gute, dass mein Vater wiederum den anderen Weg gewählt hat, sondern war halt sehr, sehr liebevoll mit mir und hat mich zwar so ein bisschen zum Radsport geführt, aber ich musste nie. Dann kam eben die Ära eines Didi Tour raus, der auch aus der Frankfurter Region kommt, der hatte in den 70ern, Ende der 70er hat er das gelbe Trikot über mehrere Tage getragen bei der Tour de France und da gab es auch schon mal so einen Radsport-Hype mit deutschem Radfahrer, der das gelbe Trikot bei der Tour trägt und da ist bei mir die Leidenschaft ausgebrochen. Und mein Vater war halt immer eher mich am Bremsen und da sollte immer der Spaß im Vordergrund stehen und ich war von Anfang an sehr, sehr gut, hatte schon in der Schülerklasse sehr viele Rennen gewonnen. Dann kam mal so ein kleiner Knick, aber dann habe ich mich sehr gut gefangen und bin dann in Jugend, Junioren, also wirklich die ganze, von meinem achten Lebensjahr an, habe ich eben versucht auf diesen zwei Rädern so schnell wie möglich zu fahren. Und dann ging es immer besser, kam dann auch schulig, hatte ich dann irgendwann, kam ich so an meine Grenzen, war auf einem Gymnasium, jetzt war ich schon Nationalmannschaft, sehr viele Einsätze im Ausland, viele Fehltage in der Schule. Dann war von mir der Wunsch, auf ein Radsport-Internat zu gehen, das war ein Radsport-Internat in Kaiserslautern, da gab es nicht so viel im Westen und dann war ich eben auf einem Radsport-Internat, da wurde ich weiter gefördert, wurde auch mein Talent eben gesehen. Und dann gab es halt eben auch eine familiäre große Tragödie, dass bei einem Einsatz für die Nationalmannschaft meine Eltern tödlich verunglückt sind auf dem Weg zum Radrennen und das hat mich nochmal enger an den Radsport gebunden. Und dann bin ich bei den Amateuren extrem durchgestartet, habe in einem Jahr fast alle Rundfahrten, große Rundfahrten, die es für Amateure gab, Rheinland-Pfalz, Bayern-Rundfahrt, Ostwestfalen-Lippe-Rundfahrt, also eigentlich fast alle deutschen Rundfahrten gewonnen. Und habe dann im Anschluss eine Menge Angebote als Profi bekommen und bin dann im Alter von 21 Jahren dann eben Profi geworden. Das war aber noch nicht Motorola, ne? Nee, da habe ich bei dem… PDM oder was war das? Dann kam dann sogar der Rudi Altik, auch ehemaliger deutscher Profi, einziger Weltmeister bis heute noch, kam auf mich zu und hat gesagt, hier, ich habe da ein Team, die wollen dich, das sind momentan noch ein belgisches Team, Histo Sigma, die wollen aber deutsch werden, da ist ein Sponsor im Hintergrund, der möchte unbedingt deutsche Fahrer, weil sie vielleicht dann ein Jahr später deutsch werden wollen. Das wäre doch der perfekte Einstieg, da wäre ich auch jetzt nicht gleich so im Rampenlicht, wäre erst mal im Ausland, weil damals gab es schon noch nicht Team Telekom, das war noch der Vorgänger, Team Stuttgart und da war mein erstes Team, bin ich dann da auch hingegangen, war ein belgisches Team und das war das Team Histo Sigma und da habe ich dann im Jahr 91 meine erste Profi-Saison gestartet. Konnte man da denn schon ganz gut von leben oder war das so, wo du gesagt hast, da musste ich auch schon ganz schön knapsen oder sehen, dass ich zurechtkomme? Nein, ich muss schon sagen, ich hatte einen sehr guten Vertrag bekommen, ich war eben in dem Jahr davor als Amateur, also im letzten Amateurjahr war ich Bronzemedaillengewinner auf der Straße im Mannschaftszeitfahren, eben mit dem, dass ich alle Rundfahrten gewonnen habe, haben sich schon viele Teams um mich so ein bisschen gerissen und es ist natürlich immer Angebot und Nachfrage und da haben viele schon das Potenzial gesehen. Zudem deutscher Fahrer ist nämlich auch für viele Sponsoren nicht mehr interessant, der deutsche Markt und da hatte ich da schon ein wirklich gutes Angebot bekommen und habe auch gut Geld verdient. Jetzt ist es ja so, man muss ja relativ viel Disziplin haben, um Radsportler zu sein und gerade in der Jugendzeit, das ist da die Motivation, dass man merkt, man hat ein Talent und gewinnt so ein Rennen und dann ist man motiviert zu trainieren oder war das vorher so? Wie hast du das als Jugendlicher wahrgenommen? Würdest du sagen, naja, ich hatte wenig Freizeit nach der Schule oder sonst wie, aber andererseits habe ich auch schon rausgehört, dass du ja freiwillig das Internat bevorzugt hast. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat sich das entwickelt? Ja, es ist wie immer so ein schmaler Grad. Es waren viele, die mit mir in Schülerjahren sehr, sehr gut gefahren sind, denen es aber manchmal zu leicht gefallen ist und die dann irgendwann die Lust verloren haben, weil irgendwann geht es nicht mehr so einfach. Und wenn es dann auf einmal nach Jahren, wo es sehr, sehr einfach geht, auf einmal schwerer geht, haben viele Probleme dann den Ehrgeiz zu entwickeln, sich auch da durchzubeißen. Ich war immer körperlich sehr, sehr unterlegen in den kleinen Schülerklassen und habe das eben mit Ehrgeiz und mit Wille eben kompensiert und das hat mir dann halt auch später geholfen, wenn es mal nicht so einfach ging. Und natürlich gehört dann der Erfolg dazu, weil nur wenn man Erfolg hat, macht es auch Spaß und mir wird getrieben weiterzumachen und will noch mehr erreichen. Aber ja, so hart es klingt, diese familiäre Tragödie hat mich halt so eng gebunden, dass das so mein Punkt war in meinem Leben, wo ich auf jeden Fall festhalten wollte und was dann den Ausschlag gegeben hat, dann auch wirklich alles zu geben, um den Schritt in die Profis zu schaffen. Wie alt warst du genau, als du das Vertrag mit… Als ich voll weiße war, war ich 17 Jahre, nee, was… Nee, als du in das Profi-Team nach Belgien… 21 Jahre, mit 21 Jahren, ja. Also mit 20 Jahren unterschrieben, meine erste Saison war ich dann 21. Ja, dann ist dann so eine Frage, die sich mir stellt, war dann klar, gar nicht rechts und links gucken, jetzt geht die Profikarriere los mit dem ersten Vertrag, den man dann hat oder ist das auch so ein Punkt, Fußballer denken daran gar nicht, selbst in der kleinen Liga nicht, aber muss man vielleicht mal dachten, ja, vielleicht sollte ich auch mal eine Ausbildung, ein Studium irgendwie, wahrscheinlich werde ich, ich setze jetzt alles auf Profikarriere, sollte ich vielleicht auch beruflich mal dran denken? War das nochmal so eine Überlegung oder warst du Feuer und Flamme für den Radsport und hast nicht rechts und links geguckt? Nee, war schon eine Überlegung, also ich hatte Abitur sehr gut abgeschlossen in dieser Sportschule, hatte dann auch einen Medizinertest gemacht und wollte tatsächlich Zahnarzt werden, das war so ein Traum von mir, war als ein Beruf mit ein bisschen Handwerk. Aber trotzdem auch ein Beruf, wo der Kopf so ein bisschen gefragt ist und ich hatte schon einen Medizinertest gemacht und einen Studienplatz und dann kam eben das Angebot und dann habe ich gesagt, komm, ich bin so jung, ich probiere es jetzt und wenn es nichts wird, dann kann ich immer noch in zwei, drei Jahren mein Studium machen und wenn es was wird, dann muss ich auch vielleicht nicht mehr studieren. Und danach ist es dann immer weitergegangen und es kam nicht mehr zum Zahnarzt, Zahnarzt 100 Mark gab es dann nie. Bis ich dann aufgehört habe, war dann der Zahnarztzug auch abgefahren. Ja, aber es ist ja eine wichtige Sache, weil damals glaube ich noch unsicherer ist, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Genau, das war schon die Zeit, man hat gut verdient, aber das wurde dann im Laufe der Jahre und dann auch später wurde das nochmal deutlich mehr, als dann der Boom dann auch nach Deutschland kam, dann waren natürlich auch die Gehälter deutlich höher. Aber es war schon so, man hat ganz gut verdient, aber nicht vergleichbar mit was im Fußball oder Sonstiges verdient wird. Wobei die Anfängerfußball, glaube ich, auch ein bisschen bescheidener waren. Ja, aber selbst damals waren sie schon weit höher als der Radsport. Aber das heißt, du hast dann, wenn ich das richtig verstehe, hattest du Rückschläge in der Karriere oder hattest du Glück, dass du wenig Verletzungen hattest und immer, dass es immer sozusagen weiter ging. Team Motorola mit Lenz Armstrong gefahren und dann später Telekom, ging das so immer so Schritt für Schritt weiter, dass du dich da hochgearbeitet hast. Was war deine Aufgabe überhaupt als Radsportler in seiner Zeit? Warst du eher der Helfer oder Sprinter oder Bergziege? Bergziege wahrscheinlich nicht nach den AB-Fragen. Wie ist das gelaufen? Ja, es ist einfach so, man entwickelt sich. Zum einen Rückschläge gehören dazu, ohne Rückschläge gibt es auch keinen Fortschritt und auch entwickelt man sich auch nicht weiter. Es ging die ersten Jahre schon voran, direkt in meinem ersten Profi-Jahr als absoluter Jungprofi bin ich Fünfter bei der WM geworden. War natürlich eine Sensation. Man hat von mir dann auch schon in den deutschen Medien als Rohdiamant gesprochen. Und dann hat das Team Histor Sigma zugemacht. Ich habe direkt Angebote bekommen vom damaligen. Es war schon das größte Profi-Team im Radsportler. PDM war ein holländisches Team. Es war so das erste Team, die schon einen Teambus hatte. Die hatten coole Lederjacken, die hatten schon komplette Ausrüstung von PDM überall. War nicht PDM Videokassetten? Ja, Videokassetten und Tochter, glaube ich, von Philipps Grundig. Also Videokassetten, Videorekorder, die ganzen Sachen. Und das war das größte Team im Radsport. Ganz, ganz große Fahrer. Raul Alcala, Van Poppel, mehrmals grünes Trikot gewonnen. Also wirklich große Fahrer in dem Team. Und da war ich eben auch so der aufstrebende Rohdiamant. Und die haben aber auch wieder nach einem Jahr geschlossen. Die wollten auch deutsches Team werden. Das hat auch wieder nicht geklappt. Und dann wurde ich eben von Motorola abgeworben. Und bis dato war ich immer noch so der, der auch extrem gepusht wurde, als der große Kapitän mal zu werden, der Lieder zu werden. Als ich dann zu Motorola kam, bin ich halt in die Spur mit einem fast Gleichaltrigen gekommen, der aber selbst Lieder werden wollte und der natürlich ein Amerikaner war und da deutlich mehr zu sagen hatte. Und das war eben Lance Armstrong. Aber George Hinkepi war doch auch in dem Team. Aber ein, glaube ich, ein Jahr später und er war noch mal ein bisschen jünger. Das war zwei Jahre später und er war so Neoprofi. Der war ein Jüngerer, aber der war auch in dem Team. Das war ja auch eine große Hoffnung. Genau, war auch. Aber da hatte schon Lance das absolute Sagen. Und dann wurde in meinem ersten Jahr, wurde er, was ist ein Jahr davor? Zumindest im ersten Jahr, wo ich für Motorola, nee im zweiten Jahr, im ersten Jahr, wo ich für Motorola gefahren bin, ist Lance Armstrong ein Oslo-Weltmeister geworden. Und ist dann in meinem zweiten Jahr bei Motorola, war er natürlich dann durch Weltmeister und alles der große Kapitän. Dann war halt eben, ich war immer noch so und wollte selbst auch siegen, war noch da so, dass ich schon auch auf meine Kappe so ein bisschen fahren wollte. Und dann ging das Jahr, wo er im Weltmeistertrikot gefahren, los mit dem ersten großen Weltcup-Rennen, Mailand Sanremo. Und da hat er erstmals schon mal mir so einen Bremser gegeben und wollte, dass ich nicht mit in dem Team bin bei Mailand Sanremo. Weil er natürlich Angst hatte, dass ich mich nicht komplett unterordne. Und dann hatte ich so das erste Mal gemerkt, hm, was mache ich jetzt? Jetzt hast du den Weltmeister, musst du doch für ihn fahren. Und dann habe ich halt extrem gezeigt hier, bin an dem Tag fünfmal ins Auto gefahren, ihm Getränke geholt, habe wirklich den Wasserträger erstmal so richtig gemacht und wurde dann da auch akzeptiert. Und dann sind wir in den entscheidenden Berg, das ist ja der vorletzte, Chipressa reingefahren und Lenz Armstrong kriegt Blatt. Und dann sage ich, willst du mein Laufrad haben? Habe ich direkt angeboten. Dann habe ich gesagt, nein, fahr, fahr, fahr. Und da ist bei mir aber auch der Knoten geplatzt und das waren drei Mann Spitzengruppe, die schon weg waren von Gewissballan. Alle drei, also auch sehr überraschend, dass da drei von einem Team, wie auch immer, drei Mann waren weg. Und ich war in der Volkergruppe mit 30 Mann und werde im Sprint hinter Cipollini Zweiter und bin dann eben bei Mailand Sanremo Fünfter geworden. Was natürlich eine Sensation war, aber wo ich schon gemerkt habe, es hat ihm nicht besonders gepasst, dass ich jetzt da die Lorbeeren eingefahren habe. Weil er hätte doch das Hinterrad nehmen können. Hat er nicht gemacht. Und dann beim zweiten Weltcup-Rennen war ich auch in der, ich hatte eine sensationelle Form, war ich wieder in der Spitzengruppe, war Paris-Roubaix, waren, glaube ich, 15 Mann Spitzengruppe. Und auf dem berüchtigten Wald von Valer, von Arnberg, da stürzt der Vorjahresieger Duclo LaSalle vor mir, ich überschlag mich und breche mir die Kniescheibe, bin noch zu Ende gefahren. Bin noch 19er geworden, konnte aber die ganze Saison nicht mehr fahren, weil eben das nicht geheilt ist, war ewig Probleme, Schmerzen. Und da war schon so ein Karriereknick bei mir, weil dann habe ich da gestanden, Motorola wollten da nicht mehr so richtig, weil ich das ganze Jahr keine Rennen gefahren bin. Obwohl die ersten zwei Rennen, die ich gefahren bin, waren sensationell. Und dann bin ich zu Telekom und da war dann so von mir, da war ich auch so ein bisschen gebrochen und habe gesagt, okay, jetzt machst du lieber Wasserhelfer, weil das kannst du sehr gut. Da hast du auch nicht mehr den Druck von dem Liter, bist in der zweiten Reihe, machst dein Ding so gut wie möglich und hast dein Einkommen. Und das war wirklich so ein Jahr, das mich komplett gebrochen hat und danach hatte ich mich dann auch verändert und war dann einfach zufrieden, nur noch der Helfer zu sein. Aber war das dann das Jahr 1995, wo du dann nicht mehr bei Motorola warst? Genau, 1995 war mein erstes Jahr bei Telekom. 1994 war das Jahr, wo ich eben bei Mailand Saint-Rébon 5. war, bei Rube gestürzt und dann sonst kein Rennen mehr gefahren und dann, wie gesagt, danach 1995 zu Telekom gegangen. Aber das ist ja, wenn man das so hört, ist es ja extrem krass, wie die Weichen gestellt werden. Das ist ja fast wie so ein Lotteriespiel, wenn du da jetzt vielleicht statt zu Motorola zu einem anderen Team gegangen bist, wo nicht dieser Lance Armstrong, den wir natürlich kennen als Alphatier. Ja, absolut. Der hat ja auch eine Aura gehabt wahrscheinlich. Und der hat ja immer alles im Griff gehabt und hätte es auch anders laufen können theoretisch, wenn du, also es ist krass. Ja, ja, Einspruch im Radsport. Andererseits, wer weiß, wofür es gut war. Absolut. Am Ende ist es ja so, du hast ja trotzdem eine tolle Karriere gemacht. Genau, es hat halt immer sein Für und Wider und ich glaube auch im Nachhinein betrachtet, bin ich damit zufrieden. Ich hatte eine tolle Zeit miterlebt. Ich war eben nicht in der ersten Reihe im Druck und ich konnte trotzdem meine Leidenschaft. Und das war schon, was mich von vielen unterschieden hat. Ich war wirklich so einer, der aus Leidenschaft Sport und natürlich der Radsport durch die Wiege, aber ich war halt so der leidenschaftliche Sportler. Und der Radsport hat sich angeboten, weil er war in meiner Liga, aber ein zum Beispiel auch nur so ein kleiner Akdote von Walter Gutefroth, der Manager und sportliche Leiter. Bei ihm war ich immer nur der Tausendsasser, weil wenn die anderen die Tour gefahren sind, ich kam halt meistens nicht in das Tourteam rein, weil da nur Kletterer für Jan Ullrich aufgenommen wurden für die Tour. Und dann bin ich halt im Sommer Windsurfen gegangen oder im Winter bin ich Skifahren gegangen. Und das war halt für Gutefroth immer so ein Zeichen, ich bin nicht top fokussiert. Für mich war es halt, der Sport war einfach meine Leidenschaft und wenn ich nicht Rad fahren konnte, habe ich was anderes gerne gemacht. Okay. Und wie hast du Lenz Armstrong seinerzeit wahrgenommen? Kam man überhaupt an ihn dran als Teamkollege? Bis auf, dass er jetzt eine Rivalität hat, war das positiv besetzt oder hast du damals schon gedacht, boah, beste Freunde werden wir nicht? Anfänglich schon. Wir waren auch öfters zusammen auf dem Zimmer und es wurde eigentlich mehr oder weniger so ein Schalter umgelegt, als er Weltmeister auf einmal wurde. Und dann wollte er Kerzen gerade nach vorne und da hat er schon in mir dann auch eine Konkurrenz gesehen, weil ich natürlich auch eine Menge Talent hatte, hat es natürlich auch mit meinen Erfolgen zum Teil schon im Vorfeld gezeigt und hat er dann schon auch so eine Konkurrenzsituation gesehen und das mochte er nicht. Er mochte halt gerne, er hat es sagen und er sagt, wo es lang geht und da waren nicht unbedingt andere neben ihm auf Augenhöhe gefragt und das war auch da dann das Problem am Ende, weswegen ich dann das Team wechseln sollte. Und bist ja ins Team Telekom, der Sieg von Jan Ries war 96 und Jan 97, das heißt du bist ja in der Blütezeit in dieses Team gekommen, wo natürlich alles war drauf fokussiert und wenn wir über Hype reden, du hast das jetzt mit Didi Thurau gesagt, da ging ja in Deutschland die Post ab. Es ging genau, in Deutschland die Post ab, ich war nämlich dann so ein bisschen bei Walter Godefrode, der hat halt drei Jahre vorher jedes Jahr gefragt und ich bin halt immer in andere Teams gegangen, das heißt am Ende war dann auch zwischen mir und er hat mich ins Team genommen, aber auch er hat gesagt, hier du kannst super Wasserträger sein, aber Kapitäne haben wir andere und dann war das auch für mich okay, ich habe gesagt, gut ich mache meinen Job, ich verdiene gut Geld und ich war ja in dem größten Team der damaligen Zeit. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit und ich will es nicht missen, aber es war schon auf einmal eine ganz, ganz andere Seite, die dann bei mir den Fokus bekommen hat und ich war eben nicht mehr der, der nach vorne wollte und gewinnen wollte, sondern ich wollte es gut fürs Team machen, der Rest war okay. Ja, die brauchst du ja auch. Also die brauchst du ja jetzt bei aktuellen Tours auch. Genau, genau, aber das hätte ich mir in den ersten Jahren, da wollte ich natürlich selbst gewinnen und da haben mir die Leute noch einen Sprint angezogen und alles und dann irgendwie war das dann wirklich so ein Bruchteil, ich bin froh, wenn ich dann jedes Jahr meinen Vertrag habe, ich verdiene sehr, sehr gutes Geld, ich mache meinen Job so gut ich kann. Das finde ich ja eine wichtige Aussage, dass man auch sagen kann, du pass mal auf, ich passe ja da perfekt an diese Stelle rein und wenn man damit d'accord ist, warum auch nicht? Also warum auch nicht einfach zufrieden sein, wie es ist? Ja, ja. Das finde ich hoffentlich legitim. Wenn man in dieser Radsportblase drin ist als Protagonist, kriegt man mit, dass man in Deutschland als Team Telekom einen Riesenhype ausgelöst hat oder dass da richtig was passiert ist oder ist das so, dass man weiß, dass man vielleicht mitbekommt, die Presse hat Interesse und Interviews hier und da und Pressetermine hier und da, aber kriegt man mit, dass da auch, dass der Otto Normalverbraucher, wie ich damals noch nicht Rennradfahrer, sich auf so ein komisches altes Mountainbike gesetzt hat und irgendwie hier in Hannover rumgefahren ist und sich wie so ein Team Telekom-Fahrer gefühlt hat? Ja, ja, hat man mitbekommen, aber was ich nochmal so ein bisschen differenziere, ich glaube in den 90ern damals, es war gar kein Radsportboom, es war ein Jan-Ulrich-Boom, weil auch wenn ich mit Telekom-Trikot irgendwo langgefahren bin, da hat keiner gerufen, Erik Zabel, der ja Thuett haben gewonnen, hat grünes Trikot, es haben alle nur gerufen, oh guck mal, Jan-Ulrich ist da, Jan-Ulrich. Es war ein reiner Jan-Ulrich. So wie ein Boris Becker-Effekt. Genau und deswegen, man war schön Teil des Teams zu sein, man hat auch mit dem Team im Rampenlicht gestanden und das war auch im Nachhinein eine ganz, ganz tolle Zeit, man muss es vergleichen, Team Telekom hatte so den Stellenwert, schon wie heute Bayern München. Die Leute haben einen gekannt und alles, aber trotz alledem, der verehrt wurde und weswegen alle nur die Tour geguckt haben, war nicht wegen den Helfern, wegen dem deutschen Team. Das war natürlich nochmal das I-Pünktchen, dass ein deutscher Fahrer im deutschen Team da vorne mitfährt, aber es war trotzdem, weswegen jeder die Tour geschaut hat, war schon der Jan-Ulrich. Und ich glaube auch damals, es haben sich viele draufgesetzt, aber es haben noch mehr einfach nur mitgesprochen, weil jetzt war ja ein Deutscher wie bei Wimbledon, hat auf einmal jeder über Tennis gesprochen. Die wenigsten haben es gespielt, das wurde auch ein gewisser Tennis-Boom, weil natürlich auch ein paar Tennis angefangen haben. Aber es waren auch ganz viele, die nur jedes Jahr an Wimbledon Tennis geschaut haben und auf einmal Tennisexperten gewesen sind. Und so war es auch im Radsport, da gab es schon ganz viele, die haben genau diese drei Wochen vom Jahr, waren sie Radsportler und haben das im Fernsehen mitverfolgt. Und die hätten aber keine fünf Namen aus dem Radsport nennen können, während in den Ländern Spanien, Frankreich, Italien, da konnte jeder, der am Straßenrand steht, hätte blind 15 Fahrer aufzählen können. Und das war in Deutschland nicht, sondern es war wirklich, wir hatten jetzt diesen großen Helden, Jan-Ulrich, der auf den zwei Rädern so schnell über die Alpen und Pyrenäen fährt und da die Tour gewonnen hat. Und also es war schon eine tolle Sache und ich war happy, dabei zu sein, aber wie gesagt, ich würde gar nicht so von einem Radsport-Boom, sondern es war schon sehr personifiziert, dieser Boom. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann auch noch dieser Hype, Mensch, hinter Ries Zweiter werden und dann, naja, schafft das jetzt nächstes Jahr. Ich kann mir das, also war ja auch die Zeit, wo ich am Fernseher geklebt habe. Absolut, ja. Und wie hast du Jan-Ulrich als Teammitglied wahrgenommen? Jetzt weiß ich nicht, ob du 96, 97 bei der Tour überhaupt dabei warst, da waren wahrscheinlich nur die Bergfahrer dabei. Ja. Aber hattest du Berührungspunkte mit ihm, wo du mit ihm gefahren bist? Gab es da auch so einen Punkt, dass er nach 97, nach seinem ersten Sieg sich verändert hat, so wie Lance Armstrong vielleicht als Weltmeister? Oder wie hast du das wahrgenommen? Naja, deshalb der krasse Unterschied. Der Jan ist halb, kann ich jetzt nicht sagen naiv, aber er hat sich null verändert. Er war genauso davor wie danach, weil er sich um nichts den Kopf gemacht hat. Als Radfahrer war das sensationell. Er hat keine Nerven verloren, weil er hat halt jetzt das gelbe Trikot gehabt und er guckt, dass er so gut wie möglich fährt. Diese Dinge wurden jetzt aber auch in der Doku über ihn dann auch so ein bisschen verfolgt. Diese Dinge, dass er sich nicht so Gedanken über sein Leben alles gemacht hat, sondern er hatte so alles dahin genommen, ist halb im normalen Leben teilweise ein Problem. Und so gesehen, ich bin in dem Jahr 95, meinem ersten Jahr, ist der Jan auch nicht die Tour gefahren. Da habe ich den ganzen Sommer mit ihm in Freiburg trainiert. Er hat halt schon immer jemand zur Seite gebraucht. Er hat halt immer da Leute abgestellt bekommen und ich habe sehr viel mit ihm gemacht. Und bei ihm muss man wirklich sagen, er hat sich null verändert. Jetzt vom Charakter her gegenüber Teammitgliedern, ob er jetzt Tour gewonnen hat oder nicht. Das hat er halb so gewonnen. Das ist ihm in den Schoß gefallen. Aber da war null Veränderung zu sehen. Aber er hat halt auch viele Dinge nicht so hinterfragt. Was da gut war, im Leben danach manchmal nicht ganz so gut ist. Und die Siege, wie hast du die wahrgenommen? Warst du da dann selber vor dem Fernseher, wenn du nicht selber mitgefahren bist? Oder bist du nach Paris gefahren? Oder wie hat man das als Team, wie war die Zeit damals, als die Tour de France da gewonnen wurde? Wurde ja zweimal gewonnen. Einmal mit Ries, einmal mit... Genau. Ja, nee, das war natürlich schon. Und das hat auch das Team ausgemacht. Was es heute, glaube ich, nicht mehr gibt und was man einfach sehen muss, das hat auch die Zeit und alles gebracht. Das war kurz nach dem Zusammenschluss von Ost und West. Wir waren ein Profiteam, wo ich würde fast sagen, in den ersten Jahren, später hat sich das auch geändert, aber in den ersten Jahren waren 70 Prozent alles Deutsche. Ost und West, also eine Nation. Und wir waren wirklich in der damaligen Zeit, und das war neu im Radsport, wir waren nicht nur irgendwelche Söldner, die zusammengekauft wurden, sondern wir haben uns schon alle gekannt von der Nationalmannschaft. Wir hatten uns alle vorher schon gekannt und wir waren ein Team und einer für alle, alle für einen, so ein bisschen wie die Ritter. Und es war auch eine Freundschaft. Heute ist es ja ganz normal, dass man im Frühjahr oder schon im Winter irgendwo weit wegfährt in Trainingslager. Das gab es früher gar nicht. Dann haben wir uns selbst organisiert und sind selbst organisiert nach Südafrika. Wir sind sonst nach Amerika, nach San Diego geflogen, selbst organisiert mit den Teamkollegen und haben unser Trainingslager gemacht. Das wurde nicht vom Team organisiert. Das heißt, was das Team schon ausgemacht hat, dass wir auch alle Freunde untereinander waren. Und da war es natürlich für mich ganz klar, dass ich da mit Fieber und auch vor dem Fernseher gesessen habe und ihm natürlich die Daumen gedrückt habe, auch wenn ich nicht dabei sein konnte. Habt ihr denn noch Kontakt untereinander unter den damaligen Fahrern? Sind da Freundschaften, Bekanntschaften, die bis heute halten oder hat sich das alles verlaufen? Es hat schon viel verlaufen, weil irgendwo kommt jeder dann in seinem Leben an und ist natürlich dann in seinen Spuren und alles. Es ist aber schon auch so mit dem harten Kern, zum Beispiel Rolf Aldag ist der Taufpate meiner jüngsten Tochter und mit ihm habe ich regelmäßig Kontakt. Aber regelmäßig bedeutet auch, er ist ja mittlerweile sportlicher Leiter, der Renndirektor bei Hans Grohe und Bora und ist natürlich auch das ganze Jahr weiterhin unterwegs, wie ich es früher auch als Radfahrer war. Das heißt, man sieht sich nicht oft, aber wenn man sich sieht, ist man total froh und man telefoniert so einmal im Quartal. Ist sich vertraut wahrscheinlich weiter, so wie alte Freunde halt. Und man spricht über alte Zeiten oder auch über das, was in letzter Zeit passiert ist und über aktuelle Zeiten und so habe ich schon noch ein paar aus dem Team, aber es gab ja auch, wie gesagt, Italiener im Team, von denen habe ich gar nichts mehr gehört. Bei Charities findet man doch immer wieder die teilweise ehemaligen Kollegen, also da ist schon noch ein Kontakt und auch zum Jan habe ich in regelmäßigen Abständen, wo man immer mal wieder fragt, wie es ist und alles. Also es ist noch ein Kontakt unter dem harten Kern, unter dem Kern der Deutschen, aber jetzt nicht so, dass wir wöchentlich oder sonst was telefonieren, aber ja, da ist schon noch Kontakt. Rolf Aldag war ja auch bei, so ähnlich wie dein Werdegang, auch mal in der Triathlon-Branche unterwegs. Mal einen Abschlecher gemacht, ja. War ja auch für die World Triathlon-Organisation, hat er auch gearbeitet. Absolut. Wenn ich mich nicht falsch entsinne, hat der mich auch beim Ironman. Der hat Lanzo Rote, genau, und hat sogar qualifiziert als schlechtester Schwimmer, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, das ist ganz witzig, ich bin ja da als Hobbyathlet unterwegs, kann ich ja nur schwimmen, hat er mich überholt, weiß ich noch ganz genau. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass er sich sogar in Telekom-Klamotten überholt hat. Ja, ja, und das war auch so ein bisschen abgesprochen, wir wollten dann zusammen Hawaii machen und ich hatte aber in dem Jahr, hatte ich mich auch wieder mal beim Laufen, wie so oft, verletzt und konnte eben kein Hawaii starten und allein ist er dann auch nicht gestartet. Aber der Plan war so, dass wir beide in Hawaii starten, was aber in dem Jahr dann auch nicht geklappt hat. Ja, sehr gut, sehr gut. Spannende Zeit. Ja, also jetzt, was mich noch interessieren würde, was dein persönlich wichtigster Erfolg in der Profizeit war. Ob es ein eigener war, vielleicht ein Erfolg, wo du als Helfer gearbeitet hast, was war das Wichtigste, das Schönste oder waren es vielleicht zwei, drei Erlebnisse? Ja, also mit Abstand der Wichtigste und auch für mich persönlich der größte Erfolg war schon das Rennen rund um den Henninger Turm in meiner Heimat. Das ist das größte und aber auch historischste deutsche Radrennen, Live-Übertragung im Fernsehen. Es war wirklich, ich war da der Lokal-Mattertor und ich war wirklich, ich bin im Jahr so fast teilweise manchmal 130 Rennen gefahren und 130 Rennen, gerade in den letzten Jahren war halb immer, die Helden waren Jan Ullrich und Erik Zabel. An dem Tag, egal ob da auch Jan Ullrich und Erik Zabel waren, die Leute haben alle nur meinen Namen gerufen und morgens, wenn ich am Start gestanden habe, war die eine Schulter schon blau, weil mir jeder auf die Schulter und heute machst du es und heute ist dein Tag. Und da war das auch so eine Befreiung, dass ich dann wirklich im Jahr 2000 auch noch mit einigen Hürden, das war gar nicht so einfach, war noch ziemlich holprig dann das Rennen selbst und dann eben wirklich dann im Solo gewinnen konnte in meiner Stadt. Und es war auch so, ich habe da als Sechsjähriger vor meiner Karriere schon am Start gestanden und habe total begeistert die Profis gesehen, die dann immer mittags reinkamen, ihre Zielrunden gefahren sind und das war für mich das Größte. Das war das Größte, das irgendwann mal zu erleben. Dann habe ich es als Profi geschafft und dann halb im Jahr 2000 da selbst, das war schon toll. Ja, das war ja auch eine Frage a, b, da haben wir es nicht lange überlegen. Da braucht das, war auch für uns klar, dass das passiert. Ja, gerade so die Heimrennen, das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Und es gab aber dann schon noch viele Rennen, dann direkt an Platz zwei sind viele Rennen, da war nämlich das Mailand San Remo, das war einfach so das erste große Rennen, wo man sich mit allen misst, erstes Weltcup-Rennen, 300 Kilometer und da, dass ich da halt wie gesagt einmal Fünfter werden konnte, das war natürlich ganz, ganz toller Erfolg in den frühen Jahren. Als sehr, sehr junger Profi, die Weltmeisterschaft im eigenen Land, 91, dann eigentlich jedes Jahr Roubaix, das war immer so ein Rennen, so eine Hassliebe Roubaix, es ist auch was ganz Besonderes, hat er schon auch viele gute Tage gehabt und ich hatte noch ein Rennen, habe ich durch Zufall, gerade vor ein paar Wochen wurde das ein bisschen gepostet, das war die WM in Lugano, die war glaube ich im Jahr… Habe ich nicht auf dem Schirm. Habe ich auf dem Schirm, wann war sie, war 2001, 2002 und da war ich den ganzen Tag in der Spitzengruppe und war mit Abstand der beste Fahrer, am Ende wurde Museuf-Weltmeister, war ich technisch hinterlegen und zwar war Shimano gerade, Campagnolo Shimano, Shimano hat schon den Elferritzel gehabt und hatte schon Elffach, Kampa hatte noch 10-fach und das kleinste Ritzel war ein Zwölfer, an der Kuppe eingangs vorletzt… Umgekehrt, Kampa hatte Elfer, umgekehrt war es. Also einer hat schon ein Elferritzel gehabt und einer hat das Ritzel-Paket. Nee, nee, aber Ritzel hat schon Shimano als erstes ein Elfer und Kampa hat noch das Zwölfer als kleinstes und mir hat an der Kuppe, haben mir 40 Meter gefehlt, ich hatte zig Attacken gesetzt, eine Konter-Attacke hat Museuf gesetzt und da haben mir 40 Meter an der Kuppe gefehlt. Und dann ist, was ist Mauro Bettin, einer ist noch hingesprungen, der auch Shimano hatte und konnte auf der Abfahrt das Loch zufahren und ich mit meinem Zwölferritzel konnte das Loch auf der Abfahrt nicht zufahren, eingangs letzter Runde und dann kamen von hinten nochmal 8 Fahrer oder so und da bin ich dann am Ende, der war glaube ich noch Top 10, aber ich hätte an dem Tag Weltmeister werden können und das wäre wirklich was Unsterbliches gewesen. Sollte nicht sein, hatte aber trotzdem ein sensationelles Rennen da gefahren und einer meiner stärksten Tage. Jetzt hast du das selber auch gesagt, mit Paris-Roubaix auch wieder, wenn wir daran denken und die Zeiten, deswegen hatte ich vorhin explizit gefragt 1995, weil da ja auch ein sehr tragischer Unfall im Team Motorola war, mich würde gerne mal interessieren, das haben die Leute gar nicht so auf dem Schirm, diese Situation, tja, keiner hat einen Helm auf. Dann gab es ein paar Leute, die haben so einen Sturzring auf, so einen lächerlichen Schutz und heute eigentlich alles undenkbar und Paris-Roubaix ohne Helm fahren, bist du Jeck, würde ich jetzt so sagen, Jeck ist vielleicht das Falsche. Aber wie hast du denn diese Ära mitbekommen von keinem Helm und dann gab es auch noch diese Phasen, dass dann im Profi-Peloton die Leute das dann boykottiert haben, wir wollen keinen Helm haben, dann gab es die Phasen, ja der Helm durfte dann an einer Bergankunft aber unten abgesetzt werden, heute ja Lachnummern, wenn wir darüber nachdenken und die schweren Unfälle kennen. Und Vintage-Rennen, ich bin ein großer Vintage-Fan, ich weiß, dass du auch ein bisschen den Hang dazu hast, viele Leute fahren dann auch keinen Helm, weil das ja früher auch nicht so war. Wie hast du denn diese Zeit mitbekommen? Wir haben auch ein Foto hier im Hintergrund durchlaufen, wo man die Sieger-Pose einmal ohne Helm dich sieht und einmal mit Helm. Also wie hast du das empfunden und wie siehst du das natürlich aus der heutigen Sicht? Ich glaube, das ist klar, aber trotzdem, du hast angefangen ohne Helm und du hast das ja alles miterlebt. Genau, ich bin da auch groß geworden und ich glaube, das prägt einen auch so ein bisschen, also ich bin ohne Helm groß geworden und bin tatsächlich groß geworden. Ich habe, wie ich ja schon auch mehrmals erwähnt habe, schon natürlich auch einige Schicksalsschläge in meinem Leben und ich glaube da schon oftmals auch dran, manche Dinge kann man nicht verhindern. Und ich fahre jetzt heute auch mit Helm, aber ich hätte auch kein Problem mal irgendeine Ausfahrt mal ohne Helm zu fahren oder manchmal, wenn ich bei uns in der Stadt nur schnell einkaufen fahre, trage ich auch keinen Helm. Ich bin vielleicht kein Vorbild, ist aber auch so eine Sache, wo ich dann auch mal Leuten zu erklären gebe, ja, sie trinken auch manchmal vor Kindern ein Bier und ist dann auch kein Vorbild und trotzdem trinken wir es, weil das Bier schmeckt. Und auch mit dem Helm, ja, ist auf jeden Fall gut, einen Helm zu tragen. In meiner Profizeit war bis zum Ende keine Helmpflicht und es war auch so, ich habe mich tatsächlich sicherer ohne Helm gefühlt. Interessant. Weil auf den Abfahrten, ich war halt eben nicht der schnellste Berghoch, aber ich war runter sehr, sehr schnell, schon einer der Besten, auch ein bisschen durch das Cyclecross geschuldet, sehr technisch war ich sehr, sehr gut und konnte oftmals in den Abfahrten wieder die Rückstände aufholen, das Loch schließen. Jetzt ist es so, der Helm hat einen da aber auch so ein bisschen in einer falschen Sicherheit gewiegt, weil ja, er schützt den Kopf, aber was ist, wenn man sich einen Wirbel bricht, das Knick bricht, ist querschnittsgelähmt. Ist keine schöne Sache und mit dem Helm ist man dann teilweise noch mehr an die Grenzen gegangen, weil man gesagt hat, ach, ich schütze ja meinen Kopf, alles ist sicher, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Dinge, die kaputt gehen können. Und so gesehen war das… Hast du während der Fahrt so ein Bewusstsein gehabt? Ja, ja, genau. Du hast definitiv gemerkt, mit Helm fährst du nochmal mehr ins Limit? Nochmal, wirklich nochmal. Obwohl du schon Limitfahrer vorher warst. Genau, genau. Und das gerade auf dem Abfahrten, wenn es dann da teilweise mehrere Meter dann, die sind ja nicht wie ein Autorennkurs abgespernt, weiß ja jeder bei der Tour de France oder auch bei jeder andere. Man kennt ja auch nicht die Strecken komplett, das heißt, man kommt manchmal mit Vollgas an und auf einmal zieht sich die Kurve mehr zu und das war schon immer so eine Gratwanderung. Und dann ist mir mit Helm immer nochmal gefühlt einen Tick mehr gefahren, wo ich dachte, manchmal fahre ich lieber ohne, weil dann sage ich mir, es tut ganz schön weh, wenn du runterfällst und vielleicht mal nur 95% und nicht 98% ans Limit gehen. Und deswegen war ich bis zum Ende im Massensprint, ja, da habe ich ihn immer aufgezogen, weil da waren die Stürze auch ganz oft zu, weil meistens welche vor dir gelegen sind, du hast dich überschlagen und ich bin meistens auf die Hände gefallen, aber der Kopf war trotzdem immer nicht weit weg. Bei allen anderen Stürzen oftmals ist es doch nur so ein Wegrutschen und da hat auch nicht so viel geholfen, weil da hat man eben über diese lange Erfahrung schon gewusst, wie man eigentlich auch fällt, dass man nicht unbedingt mit dem Kopf zuerst eintaucht, aber am Ende, wie gesagt, ist es eine gute Sache, es ist Pflicht, jeder trägt es, alles ist gut und die, die heute fahren, die sind ja auch schon mit Helm groß geworden. Und so gesehen ist das auch gar keine Frage, aber ich bin noch so, für mich war das ganz normal ohne zu fahren und ich habe mich da auch sicher gefühlt und so gesehen war das noch ein ganz anderes Bewusstsein. Was ich noch in Erinnerung habe, dass es rein von der Persönlichkeitsbildung damals war, die Charaktere der Radsportler auf dem Rad zu sehen, Lenz Armstrong im Game-Trikot vorne wecken, Jan Ulrich hinterher, die schmerzverzerrten Gesichter, trotz Sonnenbrille irgendwie, glaube ich, dass man, habe ich das Gefühl, dass die Radsportler heute anonymer unterwegs sind, weil man sie gar nicht so gut erkennt wie damals. Das ist so das, so aus Zuschauersicht, wo ich sage, das ist eigentlich krass, dass man, das… Du meinst jetzt durch Helm und riesige Sonnenbrille? Helm und riesige Sonnenbrille sehen ja alle in Anführungsstrichen gleich aus. Absolut richtig, da habe ich gerade auch eine ganz wichtige… Ich höre, ich gucke bei Eurosporten Radrennen und dann stechen so ein paar raus, die man doch irgendwie erkennt, aber die meisten fahren relativ anonym rum und das war, fand ich, früher anders. Da habe ich auch gerade letzte Woche ein ganz cooles Erlebnis bei mir im Laden, wo ich arbeite, kam ein junger Mann rein, Baseballkappe, Oberlippenbart auf, mit seiner Freundin, mit einem Dackel und habe gesagt, können wir den Hund mit rein? Ja klar, normal ist bei mir hier auch ein Hund, kommt rein. Und auf einmal gibt er mir so die Faust, ach, und ich wollte gerade schon fragen, hier, für was interessiert er euch, was kann ich euch an Fahrrädern zeigen? Und dann gibt er mir so, ich wollte nur sagen, hi Kai, ich bin Jonas Rutsch. Ja, ich kenne ihn natürlich, Jonas Rutsch, ja, ich kenne ihn mit Helm und Brille im Rennen. Aber nicht mit Dackel. Aber nicht mit Dackel und Baseballkappe, ja. Und man kennt halt manche Fahrer gar nicht mehr so, wenn man jetzt nicht alles komplett verfolgt und ich hätte ihn nicht erkannt, ja. Und es war schon eine witzige Geschichte und früher hat man einfach viel mehr gesehen, aber Sicherheit geht natürlich vor. Aber es war dann schon auch charismatischer, so ein Pantani mit seinem Glatzkopf und alles, der wäre ja nie so charismatisch gewesen, wäre der mit Helmbrille. Genau, das war ja. Das ist ja der Witz, ich werde nicht jetzt ein Pocaccia oder sonst wie ohne Helm. Also wenn man den, selbst den, der jetzt die Tour gewonnen hat, vergisst man das, welche Haare, was hat der für eine Frisur oder sonst wie. Das ist halt schon krass. Ja, absolut, ja, und persönlicher so ein bisschen. Ist ja sogar so, bei unseren eigenen Menschen, die wir hier um uns rum haben, Kunden vielleicht im Laden, die mit Helm reinkommen und dann setzen die Helm an, sind ganz andere Menschen. Also es ist ja wirklich krass. Ja, ja. Ja, nee, aber ich wollte da jetzt nicht einen riesen Fass von aufmachen, aber ich habe die gleiche Erfahrung. Und wir reden hier offen, hört ja keiner zu, wir sind ja unter uns. Ja, ja, absolut. Ich bin viermal die Eroica gefahren und habe diesen, vielleicht ist das falsch und vielleicht bin ich da auf dem falschen Weg, aber wenn ich die Eroica historische Radrennen fahren, dann möchte ich die gerne nicht mit einem Helm fahren, weil das irgendwie nicht zu dem Rad, zu meiner Kleidung und zu der Stimmung passt. Und sage mit meinem eigenen Vernunft, sage ich dann, du bist ein Vollidiot, dass du keinen Helm aufsetzt, aber dann lasse ich es lieber. Wenn ich jetzt ein Vintage-Rennen fahren müsste mit dem Helm, lasse ich es wieder und es war nur so interessant, weil du in der Fahrt, ich bin ja so nicht groß geworden. Als ich mit Triathlon angefangen habe, war Helmpflicht. Und das war ja auch früher so, die Triathleten mussten Helm fahren, ja die Radfahrer bei der Tour de France, denen ist das egal. Also, weißt du, und deswegen fand ich das so interessant, wo ich auch mich so sage, ja, ich fahre so ein Vintage-Rennen auch vom Kopf her ganz anders, wenn ich keinen Helm aufhabe. Nun haben wir eine Community da draußen, die das gar nicht verkraftet und gar nicht verzeiht, aber ich setze mich drüber hinweg und ich finde gut, wenn du ehrlich sagst, ja, wir sind halt nicht immer ein Vorbild und dann trinkt eben der Vater auch vielleicht mal ein Bier vor den Kindern, obwohl er es ja auch lassen könnte. Und das wird wieder geduldet, finde ich super. Das ist ein ganz guter Vergleich, das stimmt. Die heutigen Radrennen, den heutigen Radsportzirkus, wie nah bist du da noch mit verbandelt? Wie tief bist du drin oder bist du auch einer, der sagt, drei Wochen Tour de France und vielleicht noch Paris-Roubaix und das reicht? Oder bist du da immer noch, wo du sagst, das interessiert mich total, ich bin voll im Thema? Es interessiert mich total, aber im Thema bin ich, muss ich ehrlicherweise sagen, tatsächlich auch nicht mehr. Ich schaue es bei einer Tour de France, ich schaue auch mal bei einer WM auf jeden Fall mal rein, auch mal bei einer anderen großen Rundfahrt, wenn es sich zeitlich und alles ausgeht. Aber ich bin tatsächlich nicht mehr so extrem drin, ich bin in der Radszene extrem drin, aber eben jetzt nicht mehr im Rennsport, sondern jetzt Schwerpunkt eben in andere Bereiche gesetzt, Material, Bikes, was mein Beruf natürlich jetzt auch ist. Aber jetzt so im richtigen Profi-Rennsport bin ich nicht mehr drin und könnte auch jetzt nicht mehr 50 Fahrer aufzählen, die in den Top rumfahren. Also so gesehen, ich gucke mir das gerne an, aber bin nicht mehr da bei jedem Rennen oder sonstiges vor dem Fernseher dabei. Aktuelle Tour, was sagst du dazu? Also was ist dein Feedback zur aktuellen Tour? Ich fand sie sensationell. Ah, die letzte Tour? Ah, ich habe jetzt aktuelle Tour mit Vuelta dann gedacht, da habe ich noch nicht mal eine Etappe gesehen. Ja, aber jetzt aktuelle Tour de France, bei mir ist es so, also ich will jetzt nicht von mir sagen, ich bin ja an deiner Meinung interessiert, es ist mal, bin ich voll dabei und mal interessiert mich keine einzige Etappe. Und dieses Jahr fand ich es wieder brennend gut. Ja, ich habe viel von der Tour von meinem Kollegen erzählt, weil er fährt selbst noch ein bisschen Bundesliga und der hat mir von der Tour erzählt, weil mein Laden ist bis 18 Uhr offen, da war die Live-Übertragung vorbei und mich hat es dann nicht abends dann interessiert, so die Wiederholung. Das heißt, ich habe ein, zwei Etappen vielleicht gesehen, am Wochenende mal so. Also ich habe ganz wenig gesehen, aber so mitbekommen habe ich einiges und ich fand schon interessant eben bei der Tour jetzt, dass es nicht einer, der von Anfang an dominiert und das Ding nach Hause fährt, sondern es war schon spannend, Trikotwechsel und alles. Also ich fand es eine schöne Tour, was ich mitbekommen habe. Also hat es Dänemark mehr wie verdient, einen Sieg einzufahren? Dänemark ist auf jeden Fall ein Land, das das zelebriert und die wirklich Radsport begeistert sind und die sich dann auch da total drüber freuen. Das war ja da auch ein Riesenempfang und alles mit Menschenmassen, aber absolut. Also es hat mich wirklich für die Nation so gefreut, dass die so richtig sind, ein kleines Land. Wir haben eine kleine Nation und haben aber da einen Helden, der ein Radsport, man muss ja schon sagen, die Tour ist so ein sportliches Weltereignis, weil das war auch für mich damals das Wichtige, wenigstens einmal die Tour gefahren zu sein. Ich persönlich fand sie gar nicht so toll, aber wenn du, egal wo, früher irgendjemandem erzählt hast, ich bin Radprofi. Und da fragt dich jeder sogar, also auch einer, der noch nicht mal weiß, wo die Tour der France vielleicht stattfindet, ob die überhaupt in Frankreich stattfindet. Aber in jedem Fall, ach, fährst du die Tour? Und dann habe ich halt ganz oft sagen müssen, nee, nee, ich fahrt hier. Hatte natürlich überhaupt nicht gekannt. Also nur, dass ich überhaupt mal sagen konnte, ja, ich war einmal dabei bei diesem größten Sportereignis, weil man muss einfach sagen, und das war auch dann der Schritt später bei mir so zu dem Triathlon, ich finde, in der ganzen Sportwelt gibt es nur so ein paar Ereignisse, die jeder kennt. Und das ist einmal Ironman kennt jeder, Olympia kennt jeder und Tour de France. Ja, vielleicht noch Wimbledon in Deutschland kennt es gar nicht so viel. Hätte ich jetzt auch schon noch die Fußball-Weltmeisterschaft. Oh, Fußball-Weltmeisterschaft, okay, ja, stimmt. Fußball-Weltmeisterschaft müssen wir auch noch mit dazu rechnen. Aber dann war es auch schon, das kennt halt wirklich jeder. Und deswegen ist das eben auch so etwas Besonderes mit der Tour, weil es einfach ein sportliches Weltereignis ist. Würdest du denn 100 Prozent sagen, ein Tour de France-Sieg ist, um Längen überstrahlt der einen Olympiasieg? Also, ich würde das sagen, aber deine Meinung, ich würde sagen… Naja, meinst du ein Gesamtsieg oder ein Etappensieg? Gesamtsieg, ja, würde ich. Also im Radsport auf jeden Fall, in anderen Sporten ist, glaube ich, schon das Höchste, was es gibt, ist nun mal… Weil da gibt es nicht so ein Event wie eine Tour. Also wenn man jetzt in der Leichtathletik, bevor man Weltmeister wird oder irgendein anderes Festival gewinnt, ist es Olympia. Aber im Radsport ist schon Tour auf jeden Fall das Größere. Und es ist halt, man muss ja auch über drei Wochen Topleistung bringen. Und das andere ist schon mit… Also über drei Wochen kann man nicht nur Glück haben, da muss eine Menge können dazu noch. Während ein Olympiasieg, das kann halt an einem Tag, das ist vielleicht jetzt eine flache Etappe und man war gut im Sprint. Das andere muss mal über drei Wochen gut sein und man muss ziemlich komplett sein. Du hast es am Anfang gesagt, ist es so, das setzt sich tatsächlich mit Skispringen auch gleich, ist es so, dass man Tour de France nur noch gewinnen kann, wenn man unter 60 Kilo wiegt? Oder wie beim Skispringen, du kannst nur ein Skispringer sein, wenn du ein Hungerhaken bist, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist das der Ausblick, den man jetzt bei der bergigen Tour hat? Wenn du 78 Kilo wiegst, kannst du gleich nach Hause fahren. Ich glaube, heutzutage brauche ich gar nicht mehr Antreten bei der Tour. Also früher war das noch anders, dann hat es sich am Ende meiner Zeit so angefangen zu entwickeln. Es gab halt eben die Bergfahrer, die hatten aber eigentlich Probleme im Zeitfahren. Das ist schon so ein bisschen, was mich heute so ein bisschen verwundert, dass natürlich so ein 50 Kilo-Manneken schnell die Berge hochfliegen kann. Verstehe ich. Was mich so ein bisschen wundert, warum kann der so schnell auch Zeit fahren? Aber wie auch immer, aber das ist eine ganz andere Generation. Früher gab es die noch in Indurain, ich glaube, der hat fast 80 Kilo gehabt. Er ist auch riesen, also Indurain ist auch groß. Und er hat fast 80 Kilo gehabt und hat die Tour mehrfach gewonnen. Heute war das undenkbar. Heute sind die ganze Weltspitze in den mehrwöchigen Rundfahrten, in den großen Schleifen, die sind alle unter 60 Kilo. Also das ist eine ganz andere Generation, die ist nicht zu vergleichen mit der damaligen Generation. Er hätte auch so getippt, ja. Bekommst du ein bisschen mit, wie sich der Nachwuchs im Moment entwickelt und auch in Deutschland oder ist das gar nicht so ein Thema? Und hast du vielleicht irgendeinen Tipp, wo du sagst, naja, auch wenn jetzt Zuhörer sind, wir haben ja so ein paar junge Ambitionierte vielleicht auch. Was würdest du so einem angehenden Radsportler oder sowas auf den Weg geben? Sehr gute Frage. Der Radsport ist ein Sport, der, glaube ich, auch sehr schwer ist, da hinzukommen. Wenn nicht die Eltern Feuer und Flamme sind und einen da komplett unterstützen, weil die Radrennen, die sind nicht wie beim Fußballteam, dass die irgendwie in den Nachbargemeinden sind und da fährt ein Bus hin und die spielen und man muss sie nur ins Training schicken, sondern gehört sehr viel Unterstützung der Eltern dazu. Plus, was, glaube ich, so noch in den nächsten Jahren, glaube ich, deutlich mehr Wirkung zeigen wird, es gibt auch nicht mehr diese Radsportvereine. Vereine sind so ein bisschen out und früher ist man an Vereinen rangeführt worden, da waren dann mehrere in der Altersklasse, die dann sich gebettelt haben und dann ist man eben auch Rennen gefahren. Es gibt viel weniger Rennen, es gibt weniger diese Vereine, also für den Nachwuchs sehe ich momentan, geht man jetzt neue Wege, wo wir vielleicht auch noch hinkommen, eben mit diesem interaktiven Fahren, mit dem Swift, was man natürlich auch zu Hause alleine machen kann. Aber trotzdem ist es ein harter, langer Weg mit viel Disziplin und man benötigt am Anfang auch viel, viel Unterstützung von zu Hause, um das wirklich zu schaffen. Plus, es ist einfacher ein paar Fußballschuhe zu kaufen, als wenn man ein Fahrrad haben möchte, mit dem man kompetitiv fahren kann, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und es ist auch nicht mehr so, dass man jetzt in der Schulklasse noch einen zweiten findet, wo man sagt, mit dem könnte ich das mal zusammen machen. Wenn, dann ist man, glaube ich, der Einzelgänger heutzutage. Ja, und dann auch gerade als, sagen wir mal so, wo man eigentlich schon dabei sein sollte, wäre so zwischen zwölf bis sechzehn und da ist auch nicht jede Mutter, die sagt, ah ja klar, fahr mal alleine auf der Straße rum, 40 Kilometer, haben auch viele Angst, weil natürlich der Verkehr heutzutage mehr geworden ist und es ist, Radsport ist nicht einfach, gerade heutzutage da als Nachwuchs voranzukommen. Also da ist auch für mich schwer, da Tipps zu geben. Ja, wenn wir natürlich über die Zeit Tour de France damals 1996 bis in die 2000er rein sprechen, dürfen wir jetzt zumindest in unserem Podcast ja nicht unter den Teppich kehren, dass da ja der Sport generell, glaube ich, nicht sauber als sauber anzusehen war. Übrigens auch der Triathlon-Sport, Ironman-Sport, genau das gleiche. Also die Anfänge vom Ironman. Wie hast du das wahrgenommen als jemand, der selber im Peloton unterwegs war? Wirst wahrscheinlich ja selber auch das Gefühl oder auch geguckt, wird es ja Situationen gegeben haben, wo man vielleicht, also ich gehe davon aus, dass du es wusstest. Also alle wussten ja Omertha-mäßig so von wegen, was da passiert ist. Man hat auch viel gelesen, dass das Peloton mit zwei Geschwindigkeiten unterwegs war. Einmal vorne die, die jetzt gerade in dem Augenblick in der Topform waren und auch entsprechend, das wurde ja auch geplant, wann man wie, was eingenommen hat, damit man dann vorne mitfahren kann. Und dann die zweite Hälfte, die vielleicht nicht so schnell mitgekommen ist. Und die Versuchung, die man natürlich auch hatte zu sagen, naja, es ist ja ein ganz einfaches Ding. Also damals war ja diese Epo-Ära, wo es ja auch wirklich meines Wissens nicht nachweisbar war und relativ einfach, das zu besorgen. Also wie hast du das wahrgenommen? Was war das für eine Zeit? Wie hast du das wahrgenommen, dass Teamkollegen dann irgendwann auch Pressekonferenzen gegeben haben und das zugegeben haben? Ja gut, da gibt es natürlich mehrere Dinge. Das eine war natürlich, das Wahrnehmen ist mir halt in meinen ersten Profijahren, war ich ja schon das junge Talent, das ganz vorne mitfahren konnte. Und auf einmal sind die Italiener wie vom anderen Stern gefahren. Und es ging wirklich so bei Italienern los und da hat man sich schon seine Gedanken gemacht. Da wurde aber auch viel mit Ernährung und alles erklärt. Dann später kam man dann selbst mal dahinter, dass es vielleicht doch nicht die Ernährung ist. Und dann musste aber trotzdem jeder für sich selbst so ein bisschen seinen Weg finden, weil das andere ist natürlich auch, es gab natürlich die Eintagesfahrer, die da ihren Schwerpunkt hatten und es gab die Rundfahrer. Und der Rundfahrer ist natürlich viel mehr, du musst jeden Tag ans Limit, du musst dich möglichst schnell erholen. Und ich für mich selbst hatte ich auch vorher schon, ich habe so ein bisschen meinen Weg danach gefunden. Ich wollte meinen Job so gut wie möglich zu machen. Ich war auch nicht der, auf dem dieser Druck gelastet hat, jetzt die Erfolge zu bringen. Die hatten andere im Team die Schultern, wo sie Erfolgen tragen mussten. Und ob ich dann ein Mühe schneller, weil es ist nur, glaube ich, was sich die wenigsten vorstellen können, ist, dass es wirklich nur so das Zünglein an der Waage ist. Das natürlich entscheidet, ob man gewinnt oder ob man Sechster wird. Vom Sechsten, wer war dieser Sechster bei der Tour? Da brauchen wir nicht reden. Aber wer hat die Tour gewonnen? Das weiß jeder. Und da macht es den Unterschied, ob du 99. oder 103. wirst bei der Tour, da spricht sowieso keiner drüber. Also das waren dann schon zwei Klassen so ein bisschen, das ist auf jeden Fall. Und jeder konnte für sich selbst entscheiden. Es war aber auch dann noch, die andere Entscheidung war gewesen. Und da bin ich überzeugt, ich hätte alles essen können oder alles in mich rein spritzen können oder was auch immer. Ich wäre nie auf das Niveau gekommen von den Top-Athleten dieser Ära. Die waren einfach eine andere Klasse. Und wenn man das, wenn man da nicht komplett… Wäre es auch gewesen ohne. Absolut. Wenn alle clean gewesen wären, wären sie es trotzdem gewesen. Und deswegen, wenn man das dann für sich und nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dann sagt man sich, soll ich mir Stress machen oder soll ich mir keinen Stress machen? Ich bin immer einer, der eher den einfacheren Weg geht, also war ich mir keinen Stress. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Und ich war auch da und das werde ich auch oft sagen, aber fühlst du dich nicht betrogen? Nein, weil ich hätte nie gewonnen. Steht auch bei uns drauf, fühlst du dich nicht betrogen? Also steht tatsächlich auf unserem Zettel drauf. Das ist auch die häufigste Frage. Und nein, ich fühle mich nicht betrogen, weil ja, hätte ich alles gemacht, wäre ich vielleicht neunter geworden. Und heutzutage weiß keiner mehr, weil bei der letzten Tour neunter wurde. Also so gesehen, es hätte gar keinen Unterschied gemacht. Und da bin ich halt schon der Meinung, bei denen, wo es Unterschied gemacht hat, da war es natürlich so eine Entscheidung, bist du jetzt ein Star oder bist du keiner? Und da ist eine ganz andere Überlegung. Aber verstehe ich es jetzt so in meiner Sprache, da hast du die fünf besten Teams bei der Tour de France und du hast zwei Leute, die da, wenn der eine stürzt oder so, die da um den Kapitäns-Titel rumkämpfen, um Sieg, um Etappe, um Gesamtklassement. Und die sind dann schon eh die allerbesten in dem Team. Aber wenn die jetzt dieser Versuchung zu dopen widersprechen würden, dann ist ganz klar, dann kannst du da nicht mitmischen. Also das ist so das, was bei mir so hängen bleibt irgendwie. Ja, die Top-Fahrer, du hast gar keine Wahl, du musst da mitspielen, ansonsten gewinnst du das Ding nicht. Und es war einfach in der damaligen Zeit, muss man schon so sehen, und es war ja auch genau die, die dann später rumgehackt haben, die waren ja immer, ja warum wird der immer nur Zweiter, warum das? Die haben ihn ja auch unter einen gewissen Druck gesetzt, zum Beispiel den Jan und alles. Aber später haben sie ihn genau in die andere Richtung geschrieben, wie kann er nur und überhaupt. Und deshalb, was wieder Deutschland ausmacht gegenüber anderen Nationen, in Deutschland gibt es nur Gott oder Teufel und es gibt nichts so zwischendrin. Und die Medien leben auch davon, entweder einen nach oben zu schreiben, weil es gibt Quote, oder die leben davon, einen komplett nach unten zu schreiben, weil es gibt auch wieder Quote. Und das zwischendrin, das interessiert keiner. Und deswegen werden die ja natürlich noch mehr unter Druck gesetzt, die die Möglichkeiten haben, da tatsächlich ganz vorne mitzumischen. Ingo und ich haben im Vorfeld darüber geredet, ohne dich jetzt einfach mal so, dass es, nehmen wir jetzt die aktuelle Tour de France, da ist jetzt beim Eurosport-Sender als Fachmann ist dann da und auch nicht schlecht gemacht, Alberto Contador, mit letztendlich Doping-Vergangenheit. Aber die Spanier haben ihn verziehen, Eurosport hat ihn verziehen, er wird der Zuschauerschaft präsentiert als Fachmann und alle tun so, als wenn nichts gewesen war. Johann Brunel hat einen Podcast mit Lyons Armstrong und die beiden sind nicht unerfolgreich mit ihrem Podcast. Erst Amerika hat es verziehen und die Benelux-Länder haben Johann Brunel verziehen. Also sind wir Deutschen nicht verzeihlich genug. Na gut, aber einige hier in Deutschland werden ja auch. Oder Rolf Aldag zum Beispiel, der steht gar nicht so unter dem Feuer, wie man denkt. Entschuldigung, dass ich da... Es ist teilweise in Deutschland schon so, es wird mit zweierlei Maß gemessen und das hat mich eigentlich früher oder dann in der Zeit, wo das aufgedeckt wurde, eigentlich am meisten geärgert, dass sich alles auf diesen Radsport fokussiert hat und dass eigentlich der Radsport dann so der Süden-Sündenbock war und alle gesagt haben, da wird gedopt und da, da, da. Dass das halt eigentlich ein Problem der Gesellschaft ist und ein Problem vom Sport allgemein, das wurde nie so angegangen. Ja, ja, die Ausdauersportarten, alle haben ja dann irgendwann mitbekommen. Ja, aber sie hatten... Skilanglauf ist ja auch nicht so... Ja, aber Olympia doch auch. Denken wir an Ben Johnson und diese ganzen Sachen. Ja, ja, das waren ja, genau, aber das waren ja immer nur, sagen wir mal, die Ausländer, aber nicht so vor der eigenen Tür geschaut, so in den anderen Sportarten. Zum Beispiel Fußball. Da kriegt man ja gar nichts mit. Ich sauber dem noch. Das kann ich nicht, da steht mir gar nicht zu, da irgendeine Meinung zu geben. Also Fußball kennen wir ja sowieso gar nicht. Nein, aber und so gesehen ist es so ein bisschen zweischneidig, dass sich schon nur alle in den Radsport geschaut haben. Dann war wirklich am Anfang war erstmal so, wir nehmen keine Experten mehr aus dem Radsport, weil ja doch irgendwo alle in der Ära, Marcel Wüst oder so, hat glaube ich auch nie Doping gestanden, hat nie irgendwie einen Bezug dazu und war auch nicht mehr bei Eurosport und alles. In anderen Sportarten, komischerweise, gibt es Experten, die auch eine zum Beispiel schwimmenzwielichtige Vergangenheit haben und sind aber Experten schon vor Jahren, also auch gerade in dieser Zeit und alles. Und es war halt immer so der Radsport, wo sich alles fokussiert hat. Und das war so ein bisschen, was mich eigentlich am meisten früher so ein bisschen belastet hat, dass alle nur nach dem Radsport schauen, aber am Ende ist es so ein bisschen eine Sache von der ganzen Gesellschaft. Kommt das vielleicht daher, dass man, Ingo hat ja das vorhin auch so gesagt, mit dem verbissenen Gesicht und dass man immer denkt, diese drei Wochen Tour de France, das ist so ein, mir fällt die Formulierung nicht ein, so ein heroisches Rennen, da ist so, das ist ja wie so richtige Kämpfer, die da drei Wochen durchziehen müssen. Ich glaube, das Problem liegt woanders, dass sich halb jeder vorstellen kann, man kann eine Stunde Tennis spielen, man kann 90 Minuten Fußball rumrennen, man kann 100 Meter mal schnell laufen, wobei gut 100 Meter ist auch noch so eine Disziplin, die ziemlich verrucht ist, aber viele oder Kugel stoßen, die Kugel kriegt man irgendwie geworfen. Es kann sich aber keiner vorstellen, dass man drei Wochen am Stück jeden Tag an seine Grenzen geht. Was aber die meisten, die sich das nicht vorstellen können, und deswegen ist es natürlich auch einfach zu sagen, ja ist ja ganz klar, die müssen ja dopen, weil drei Wochen und es ist ja unvorstellbar, was die leisten. Weil sich aber die wenigsten vorstellen können, dass bis man da an diese drei Wochen Rundfahrt kommt, wo man jeden Tag wirklich an seine Grenze geht, da ist mir vorher, ich habe mit acht Jahren angefangen, bin immer nur kleine, kurze Rennen gefahren, irgendwann werden die Rennen länger, dann im Jugendalter bin ich eine Drei-Tages-Rundfahrt gefahren, im Junioren-Alter, was so mit 17 ist, bin ich die erste Fünf-Tages-Rundfahrt, dann als Amateur bin ich die erste Wochen-Rundfahrt mit 18, 19, dann in meinem ersten Profi-Jahr bin ich eine Tour de Suisse, die ging dann schon mal über zwei Wochen, wo der Körper sich dann auch dran gewöhnen musste, zwei Wochen lang eben zu leiden, und dann irgendwann wird man halt auch da rangeführt, auf einmal an diese drei Wochen, und dann ist das für einen Radfahrer selbst, ist das nicht so, es ist schwer und es ist kein Spaziergang und in der dritten Woche tut einem alles weh, aber es ist für einen Radfahrer, der den ganzen Aufbau mitgemacht hat, ist das irgendwie nichts Unvorstellbares. Für einen, der maximal mal am Wochenende 60 Kilometer Rad fährt, dem der Hintern dann weh tut und er sagt, nee und nimm mal drei Wochen, das geht ja gar nicht, war das natürlich auch so Wasser auf die Mühlen, und genau das sucht ja auch so ein bisschen die Medien, die wollen natürlich so ein bisschen den Zuspruch haben, was sie dann da schreiben, plus es war halt, der Held wurde, der halt der Held der Nation damals war, da wurde halt der dann auch richtig gefällt und da wurden auch nochmal Quoten geschaffen und deswegen hat halt jeder versucht nochmal, deswegen hat sich das auch meiner Meinung nach alles nur auf den Radsport fokussiert. Das heißt, wir haben jetzt das Gleiche, dass du gesagt hast, die Person Jan Ullrich hat den Hype kreiert, dass es nicht das Team Telekom war, sondern eher die Person und dieses Wimbledon-Ding und das Gleiche ist dann genau ins Gegenteil gekehrt, als es wieder die Person Jan Ullrich letztendlich da oder auch in Lenz Armstrong natürlich international jetzt als zwei Personen dafür stehen, dass diese Zeit halt, weil es einfach ein Mittel gab, was keiner nachweisen konnte, ist das halt passiert und damit ist dann in Deutschland genau das Gegenteil passiert. Ja, wir haben ja auch so andere Persönlichkeiten, denen das auch widerfahren ist. Boris Becker geht es ja auch nicht viel besser aktuell. Ja, ja, genau, weil er war damals der Held und jetzt ist ja der Steuersünder. Genau, und da ist jeder nochmal interessiert und jeder versucht doch nochmal eine Story, weil es doch nochmal eine Auflage dafür gibt. Aber wenn wir jetzt mal so rein hypothetisch sprechen, jetzt hattest du ja vorhin schon gesagt, Mensch, mit dieser Verletzung ein Jahr raus, bei der Telekom war klar, dass du keine Kapitänsrolle hattest, aber du wärst ja, warst ja zwei Jahre vorher mit Ambitionen bei Motorola und dann mit Lenz Armstrong dieses Battle und wenn dann nicht die Kniescheibengeschichte gewesen wäre. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass es du auch hättest, wenn du dann hättest vorne reinfahren können, ohne die Verletzung und sonst wie, wie du da gearbeitet hättest? Deshalb sehr, sehr hypothetisch, aber ich glaube, also ich habe mir tatsächlich nicht die Frage gestellt, aber wenn man sich stellt, ja, ich glaube am Ende, wenn du sagst, hier, wenn du das nimmst und nicht nachweisbar, Millionengehalt, und dann kannst du den Vorteil, oder du kannst ja den Nachteil, den die anderen vor dir haben, damit legalisieren, glaube ich, hätte ich vielleicht auch nicht nein gesagt, aber es ist nicht nachweisbar und die betrügen ja dich, du ziehst dich nur eigentlich auf die gleiche Ebene. Das ist ja Jan-Ulrichs Argument, was ich immer noch gar nicht so doof finde, dass er sagt, ja, ich habe ja keinen betrogen. Ja, ja, absolut, sondern er hat nur mit denen, um die der Sieg ging, mit denen hat er einfach, und wir können immer leicht, also das ist ja ein typisch deutsches Ding, zu sagen, Mensch, oh, der, der mich jetzt überholt hat, der fährt aber zu schnell. Was ist das für ein Idiot, ne? Und dann zwei Stunden später fährst du auf der Autobahn 20 zu schnell, aber ist nicht so schlimm. Und das ist ja so ein typisches deutsches Ding, dass man da doch sehr verurteilend ist und ich bin da natürlich, nie würde ich sagen, Doping ist toll und sonst wie und bin jetzt als Hobbysportler sowieso gar nicht davon betroffen, aber sich in die Lage zu versetzen und ich vergleiche das so ein bisschen damit, dass irgendwer gesagt hat, Mensch, du musst einen Tag vor dem Wettkampf musst du rote Beete saft trinken, dann bist du den nächsten Tag schneller. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mich als Hobbysportler bei so einem blöden Wald- und Wiesentriathlon, habe ich mal abends, habe ich gedacht, ach, trinkst du immer so ein, so ein, so ein, so ein, ja, rote Beete saft. Und so weit weg ist das ja auch gar nicht. Außer, dass du natürlich eine Spritze setzen musst, dass es ein Verbot gibt und so weiter, aber es ist am Ende so, wo ich immer sage, naja, jeder, der, also ich finde es gut, dass heutzutage da Mechanismen passieren, aber da kommen wir vielleicht auch noch mal zu, wenn wir jetzt die Tour de France heute beobachten oder auch andere Sportarten, ganz, ganz schwieriges Thema da zu sagen, oh, die sind aber zu 100 Prozent sauber, würde man wahrscheinlich auch nicht sagen. Ich würde zu, als er 21 war, zum belgischen Team gekommen ist, da würde ich ja mit dem Doping ansetzen, also was heißt Doping ansetzen, da würde ich ja sagen, erinnerst du dich, dass ich dich gefragt habe, hast du dir über Studium, Ausbildung, einen beruflichen Werdegang, wenn das mit dem Radsport nichts wird, war dir eigentlich dann in den Folgejahren auch klar, oder ich, das wäre das, wo ich sofort angesprochen habe, Mensch, das macht vielleicht auch meine Gesundheit komplett zunichte. Das heißt, ich ruiniere, wenn ich da jetzt zusage und mache da diesen Spaß, in Anführungsstrichen, dieses Spiel mit dem Dreckszeug mit, dass dann auch wirklich meine Gesundheit kaputt geht. Mit dem rote Beete-Saft, da geht ja die Gesundheit nicht kaputt. Aber wenn du jetzt dann anfängst mit dem EPO, oder war das auch, haben die, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das wegblende. Also ich kann doch dieses Risiko gar nicht. Das kann ich natürlich auch jetzt nicht für die anderen reden und alles, das weiß ich nicht. Ja, für dich jetzt, für dich. Also ich, das wäre, da würde ich sofort dran denken, hätte ich Panik. Ja, ja, nee, für mich war eher so die Überlegung, hey, wenn es halt nichts klappt, ich habe ein Abi, ich habe zur Not einen Studienplatz, ich kann immer was anderes machen, also ich muss jetzt nicht alles auf eine Karte setzen und deswegen habe ich meine Entscheidung getroffen. Aus welchem Grund und mit welchen Hintergedanken andere Entscheidungen getroffen haben, kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber es ist natürlich das andere, was, wenn man jetzt mal nicht vom Ratsport, was ist zum Beispiel, nur mal als Beispiel, selbst wenn es Fußball ist, einer ist verletzt, Fußballer wissen wir alle, die haben nicht alle Abitur und irgendwelche Schulabschlüsse, die haben da nichts außer dem Fußball, was machen sie nach? Also da geht es eher um die Verletzung und mache ich jetzt alles, um wieder gesund zu werden, um weiterspielen zu können? Dass man die Verletzung nicht ausschreibt. Also nur als Beispiel, es gibt es ja in jeder anderen Sportart auch, oder genau, gucke ich, weil, wie gesagt, wenn ich vielleicht jetzt das übers Knie breche, bin ich Leben lang, habe ich Probleme oder so, aber es wird ja trotzdem irgendwie weitergemacht. Also kann man schwer nachvollziehen. Ich habe bei den Fußballern das Gefühl, hauptsächlich Knochen halten noch acht Jahre. Und danach, und dann sehen wir Boris Becker, der dann an Stöcken schon gehen muss, oder hier Handball Kretschmer, wo du sagst, meine Herren, haben die sich kaputt gehauen. Will ich das haben? Auf gar keinen Fall. Aber auch da wird oftmals, wenn man da drin ist, nicht so drüber nachgedacht. War jetzt eher so, wo ich drüber nachgedacht habe. Aber wenn ich 21 bin, würde ich mir diese Gedanken stellen, ja, was machst du beruflich? Kann ich irgendwann mal eine Familie ernähren? Und was ist, wenn die Gesundheit komplett im Eimer ist, wenn ich 32 bin? Also, das frage ich mich ja immer nur so, wo ich immer denke, hat da keiner drüber nachgedacht? Oder war es denen wirklich egal? Und Sieg um jeden Preis? Ich kann mich da nicht reindenken, weißt du? Und deswegen rede ich eher, ohne zu wissen, wie das wohl war. Und dann interessiert mich ja nur, wie es bei dir so war. Ob du auch diese Gedanken hattest, wo du schon sagtest, ich habe einen sicheren Studienplatz, wenn das schief geht. Ja. Ist ja eine Aussage. Gut. Ja. Also, die ARD-Doku haben wir ja vorhin schon mal am Rande erwähnt, von Jan Ullrich zur 25-Jahr-Feier vom Tour de France-Sieg. Fand ich ja das erste Mal, dass da ja wirklich jetzt auch so ein bisschen netter berichtet wurde. Obwohl ja nun Jan Ullrich momentan in einer ganz schwierigen Situation auch gezeigt oder erlebt wurde, wo man gesagt hat, okay, da jetzt mal wirklich die Person und das Widerspiegeln, guckst du dir sowas überhaupt an? Oder wie hast du das wahrgenommen? Habe ich mir auch angeschaut. Und ich fand es sehr, sehr fair. Und es hat mich auch gefreut, dass man die Öffentlich-Rechtlichen, die habe ich schon immer wieder auch in jedem Bericht, deswegen auch die Frage, Eurosport oder Öffentlich-Rechtlichen. Ja, wir sind gemein. Eurosport wird einfach über den Sport berichtet. Und Öffentlich-Rechtlichen wird halt alles immer erst mal hinterfragt. Und das ist sowas, man sollte es, man muss kritisch sein, bin ich auch dabei, aber man sollte nicht alles hinterfragen oder immer die erste Frage stellen, ja, kann man das glauben? Ist das sauber? Sondern man sollte auch einfach mal sich auf den Sport konzentrieren und nicht was sein könnte, wie und was. Und bei dieser Doku, wirklich großes Kompliment, fand ich sehr, sehr gut, dass einfach mal fair berichtet wurde über die Person, wie es von dem kleinen Jungen, der dann zu dem großen Held wurde, der Nation, wie es da gelaufen ist, aus welchen Verhältnissen er stammt, was ihn da auch geprägt hat zum Teil. Also ich habe die ersten drei gesehen, die letzten zwei habe ich noch nicht, aber ich will mir das auf jeden Fall auch noch anschauen. Aber fand ich sehr, sehr gute Geschichte und fand ich vor allem auch mal fair recherchiert und fair berichtet. So haben wir das auch weitermachen. Ja, vor allem hat man sich so in den Menschen und in die Psychologie auch so ein bisschen jetzt reinversetzen können, wo man sagt, ja, was macht denn das mit einem, wenn man mit 24, 25 auf einmal der größte Held ist und er, und du hast das ja auch nochmal bestätigt, er ist ja einfach ein normal gebliebener Mensch, der wollte einfach Rad fahren. Ja, ja, absolut. Er hat sich da gar keinen Kopf drum gemacht. Er hat schon wenig Dinge im Kopf gemacht, genau. Und wie dieser Druck halt auch, immer zweiter zu sein und diesem Druck standzuhalten und je mehr Druck man ihm gegeben hat, desto weniger hat er Bock zu trainieren im Winter und nimmt zu und solche Sachen. Ja, absolut. Das ist ja ultra interessant und so wäre ich ja auch, wenn einer sagt, ja, du musst, du musst, du musst, dann würde ich ja erst recht sagen, ja, was willst du eigentlich von mir? Und die Jahre, wo er dann keinen Druck mehr hatte, da war er dann wieder vorne dabei. War so ein bisschen, wie du das mit deinem Vater gesagt hast, der hat dich eher gar nicht so unter Druck gesetzt. Das fand ich interessant. Genau, es gibt halt mehrere Wege, die dann zum Erfolg führen. Genau, und war wahrscheinlich viel erfolgreicher, dich ziehen zu lassen und dir Möglichkeiten zu geben, aber dich nicht unter Druck zu setzen. Also fand ich eher bedrückend, dass du von deinem Großvater zu deinem Vater gesagt hast, der stand schon richtig unter Druck. Ja, ja, ja. Und er hat halt eben, genau, den anderen Weg gewählt. Kann man vielleicht sagen, man hat es vielleicht nicht besser gewusst und es war der Gedankengang, ja, ich will ja nur das Beste für den Sohn. Aber jeder will wahrscheinlich das Beste für den Sohn und denkt, das ist die richtige Antwort. Jetzt würde ich nur noch mal ganz kurz auf das Thema E-Racing reingehen, was ja was Neues ist, was es in deiner Profikarriere so nicht gab. Also ich glaube schon, dass ihr auf die Rolle gesessen habt, aber ihr habt, glaube ich, manuell so einen Hebel gedrückt. Mal wurde es schwerer, mal wurde es weniger schwer. Es gab keinen Zwift oder irgendwas. Hat wahrscheinlich auch null Bock gebracht, auf der Rolle zu sitzen, wenn man nicht mal wenigstens so ein bisschen Gaming-Faktor hat. Bekommst du das mit, verfolgst du das mit, dass sich da was geändert hat? Fährst du selber auf Zwift im Winter oder wie ist das und wie stellst du dir das als ehemaliger Profi vor, heute Profi zu sein und da auf Zwift vielleicht auch Rennen fahren zu müssen? Ja, ich habe also alles so ein bisschen verfolgt. Zum einen von uns früher, wir hatten da schon hochtechnische Geräte mit elektromagnetischen Bremsen, mit Wattmessung von SRM. Schweineteuer waren die Teile. Da hatte ich mir natürlich auch einen zugelegt. Die ersten paar Mal war es noch ganz interessant, da Intervalle drauf zu fahren und ich glaube schon nach dem 10. 15. Mal bin ich im Regen lieber rausgegangen und bin draußen eine harte Einheit gefahren und hat es hinter mir, als da eben stundenlang auf dem Ding rum zu juckeln. Es war Höchststrafe. Und jetzt vor, ich glaube bei mir, hat mich so vor drei Jahren in etwa infiziert, eben mit diesem Zwift. und deshalb so ein Spiel, so ein bisschen interaktiv. Man hat auch ein bisschen die Challenge, wenn man mehr Kilometer fährt, kriegt man besseres Material und es ist so, für mich ist es so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Computerspiel und eben auch was für den Körper tun und Leistung zu erbringen. Man sieht auch seine Werte, wie man sich verändert. Eine total coole Sache. Direkt beim ersten Mal fahren bin ich bis nachts um drei gefahren, so begeistert war ich und alles ausprobiert. und dann wollte ich natürlich bessere Laufräder. Also ich war total von dem Zeug begeistert und mache es heute noch und ist für mich auf jeden Fall ein sensationeller Ausgleich. Also früher bin ich dann auch öfters mal in ein Studio Spinning gegangen. Mittlerweile lieber Zwift, weil es ist deutlich Radsport nahe und effektiver. Man kann super Intervalle fahren, die Programme sind gut. Also ich bin wirklich total begeistert. Empfehle es auch den Leuten und so weiter. Jetzt geht da immer auch so der Trend hin. Auch Rennen bin ich da auch schon öfters mitgefahren. Noch nie was gewonnen. Ich fahre immer am Anfang immer weg, dann irgendwo. Das gibt es doch gar nicht. Trotz alledem bin ich da immer hinterher. Also absolut coole Sache. War schon bei Events, bei so Zwift Events. Auch cool gemacht. Von der Location, vom Publikum. Ist auch nochmal ein ganz anderes Publikum wie das typische konservative, genau diese Live Events. Das typische, eher ein bisschen konservativer Radsportpublikum. Also auf jeden Fall ein guter Wind und alles rein. Was ich mir schwer so ein bisschen vorstelle und da bin ich auch mal gespannt, weil es nimmt ja jetzt immer zu, wie ihr auch schon sagt, dass da zum Teil auch Selektionen da drüber sind. Talent Scouting. Talent Scouting. Und ja, man bringt da schon, man sieht, ob einer viel Watt auf die Pedale bringen kann. Das Radrennen ist aber so vielseitig und da gehört halt nicht nur die viel Watt drauf, sondern es gehört Taktik dazu. Deswegen ist ja, Radsport war ja früher so, da haben ja wirklich nur die Radsportfans geschaut, weil manchmal hat man ja gar nicht gesehen, ja warum fährt der jetzt da allein vorne weg, warum kriegen die denn jetzt ein Kilometer vom Ziel erst ein? Aber weil da halt eine Menge Taktik und alles ist und das ist meiner Meinung nach und auch, wie bewegt man sich im Feld. Also bei mir, in meiner Amateurzeit, gab es einen Fahrer, der wurde dann auch Profi, der war auch Zeitfahrweltmeister, der war sensationell, konnte Wattwerte fahren bis zum Gehtnichtmehr, der ist aber, der konnte nie ein Radrennen gewinnen, weil der konnte sich halt nicht kraftsparend im Feld bewegen und hat halt so viel Leistung immer vorher schon auf der, wir sagen immer Körner auf der Straße gelassen, wenn er halt immer im Wind außenrum gefahren ist, weil er halt Angst gehabt hat, im Feld zu fahren. Und das ist so ein bisschen, was ich glaube, wenn man das nicht von klein auf lernt, sich in einem Feld zu bewegen, die taktischen Manöver, dann auch ein Rennen zu lesen, man kann nicht jede Attacke mitgehen, irgendwann kann man ein Rennen lesen, welche Attacken muss man mitgehen, welche, und das sind Dinge, glaube ich, die man eben auch nur über die Zeit lernt und ja, wenn man viel Watt reden kann, das bringt einem nach vorne, aber ob die das dann auch noch später umsetzen können, bin ich sehr gespannt. Man geht ja gerade so die Wege, ich kenne es auch immer, Damen-Frauen-Radsport, Da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass überhaupt die Damen die gesichtet wurden und dann rein nur über diese Swift-Maßnahmen dann in Profi-Teams aufgenommen wurde, muss man sehen, ich bin sehr gespannt, also ich glaube, Zeit fahren, gar keine Frage, werden die gut können, ob sie halt jeweils den Sprung dann schaffen, auch sich so im Feld zu bewegen, Taktik, nicht zu viel Kraft unnötig zu vergeuden, hängt davon ab, viele ist ja, die aber auch Swift fahren und da sehr gut sind, sind ja trotzdem schon mal so ein bisschen Jedermann-Rennen oder vielleicht auch schon mal früher gefahren, also aber einer, der wirklich nur Swift fährt, sehe ich als schwierig an, sich dann in einem Feld ordentlich zu bewegen und dann eben auch ganz nach vorne zu kommen, aber wie gesagt, ich bin selbst gespannt und habe es auch mitgekommen. Aber trotzdem interessant natürlich. Absolut, wie meinst du auch schon Rennen gefahren? Und ist auch, ja genau, aber komplett erfolgslos. Und eins ist ja mal ganz klar, wer jetzt zu unseren Swift-Community-Rads eingeladen wird, das ist ja schon mal klar, Du kriegst eine Einladung. Also mache ich auch, finde ich coole Sachen, mache ich auch manchmal mit meiner Tochter, die wohnt nicht bei mir und dann machen wir das auch, eben haben wir beide hier das Telefon an, über WhatsApp-Call oder FaceTime, dann fahren wir zusammen, unterhalten uns, dann sehen wir uns ja da auch auf dem Bildschirm und total coole Sachen und macht mir total Spaß und wirklich im Winter würde ich mich heute, wenn es wetterschmuttelig ist und gerade durch den Beruf kommt man natürlich auch erst im Dunkeln heim, Night-Ride, cool, aber immer Night-Ride und so man kommt aufs Fahrrad drauf und ich finde es eine super Sache. Sehr gut. Ja, also was mich am meisten wundert ist, dass du dann auch so ambitioniert bist, da kriege ich bei Zwift bessere Laufräder und so, das lässt mich ja völlig kalt. Nein, es muss ein gutes Rad sein und gute Laufräder. Da bist du mit Ingo in einer Klasse, der ist auch so drauf. Da kriege ich das so und so. Erstmal Level hoch und alles. Genau, dann bin ich extra diese Mount Everest Challenge gefahren. Genau. Er ist ja voll addicted und finde ich ja gut, dass du zu deiner aktiven Zeit gesagt hast, nein, da gehe ich lieber und fahre Ausgabe mich draußen im Regen und Kälte und alles und dann dieses archialische Fahrrad, was ich es früher auch wirklich kenne, das auch von SRM, das sah schon aus wie so ein kaltgeschmiedeter Roboter. Ja, ja, genau. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das gar keinen Bock gebracht hat, aber das ist doch schön, dass wir uns hier wieder treffen in 2022, wo wir sagen, ist das nicht toll, dass wir so ein bisschen Entertainment haben. Bei unseren Rides ist es ja zum Beispiel so, du hast das gesagt, mit WhatsApp oder iMessage oder wie auch immer, wir haben dann so einen Gaming-Channel, den wir benutzen, der heißt Discord, wo man sich auch wirklich mit 500 Leuten unterhalten kann. Die müssen dann alle gemutet sein und müssen einen Knopf drücken. Aber es ist tatsächlich, vergeht die Zeit halt schneller. Man hat halt so, früher hast du dann halt Tatort geguckt und jetzt machst du irgendwas anderes. Ja, und dann geht es ja darum, manche Strecken kann man erst dann fahren, wenn man das Level hat, dann wollte ich unbedingt mal hier dieses Albti-Swift fahren. Kai ist voll entdiktet. Albti ist auch schon öfters gefahren und das ist was, was einfach dann die Challenge, die Zeit vergeht und ich bin einfach, ich mag immer Challenges und das ist ja genau das, was dann auch, was dann ein bisschen gekitzelt wird. Da bist du noch Rennfahrer geblieben dann, was die Challenges angeht. Das bin ich, ich glaube aber auch, das ist tief in mir drin, auch jetzt gerade vor, vor vier Wochen habe ich den ersten Wettkampf seit ewiger Zeit aber mit meiner Tochter zusammen im Team in einem Triathlon. Sie ist geschwommen, ich sollte Rad fahren und eine sehr gute Freundin von mir wäre gelaufen. Jetzt hat sie sich vier Tage vorher den Fußzeh gebrochen und dann hat sie gesagt, da kannst du nicht mitmachen. Dann hat sie gesagt, komm, dann fahr du Fahrrad, ich laufe, bin aber ein Dreifädeljahr nicht gelaufen. Jetzt hat mir aber so ein Battle gehabt mit einem sehr guten Freund von mir, der alles gemacht hat und wir wollten schneller als er sein und dann hat er gesagt, naja, wenn du läufst und er ist ein ehemaliger 1500 Meter Läufer und dann hat er gesagt, ey, dann habt ihr ja überhaupt keine Chance und das ist dann sowas, damit kriege ich es dann schon, ne? Und ich bin dann mit einem 350er Schnitt, ein halbes Jahr nicht gelaufen, 350er Schnitt los und hab mich dann wirklich, weil ich hab gesagt, langsamer werde ich von selbst und hab mich dann zehn Kilometer mit 44 hoch durchgeschleppt, aber konnte auch dann drei Tage wieder nicht mehr gehen, aber das ist dann, das ist eben dann so in mir, glaube ich, was dazu gehört, wenn du in so Niveaus kommen möchtest, dass dir das Spaß machen muss, so an Grenzen zu gehen, zu battlen, zu challengen, sehen das, was einen ausmacht und das muss man haben. Ist das nicht auch das Quäntchen, was dich vom Amateur oder Hobbysportler zum Profi unterscheidet, dass du mit Schmerzen leben kannst? Das habe ich ja, egal was ich so lese, auch Biografien von Radsportlern, anderen Sportlern, dass doch, dass man ja diese Schmerztoleranz hat, wo jemand wie ich als Hobbysportler, ich bin ja nun auch nicht ganz schlecht unterwegs, aber so richtig wehtun, finde ich dann auch scheiße. Oder dieses Gefühl, jetzt aus kalter Hose zu laufen und zu wissen, im schlimmsten Fall habe ich jetzt Achillessehnen den nächsten Tag, würde ich ja gar nicht machen. Muss man das haben als Profi? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine, haben wir schon oft darüber geschoren, ist das Talent. Das ist wie die Organe, wie alles darauf reagiert auf Trainingsreize. Da ist zum Beispiel der Jan, habe ich noch nie sowas gesehen, der hat einfach so ein Talent, nur mal von früher zu sprechen. Wir sind ins Trainingslager, erste Woche ist er an jeder Welle bei uns geplatzt. Zweite Woche ist er bei uns mitgefahren, dritte Woche ist er in der ersten Reihe gefahren und keiner hat eine Chance. Keiner hat eine Chance. Also die Reize sprechen ganz anders auf den Körper an und die Entwicklung von dem Körper ist ganz anders. Das ist erstmal das Talent. Das Zweite, was man aber auch mitbringen muss, wenn man mal in diese Weltspitze irgendwo kommen will, dass man wirklich Spaß daran hat, sich wirklich bis zum Letzten zu verausgaben, weil viele denken, es geht nicht schneller. Ich bin ja schon, aber es geht immer noch mal einen Tick schneller und so gesehen ist das das Zweite und das Dritte und das ist im Radsport schon so, da kann man auch so ein bisschen sagen, Leidenschaft Radsport, er kommt schon vom Leiden. Man muss das schon auch mögen zu leiden und das ist mir aber dann wiederum auf die Füße gefallen im Triathlon, weil wenn man dann beim Laufen, wenn es da mal gezwickt hat bei mir, bin ich einfach weiter und habe mein Training durchgezogen, meine Intervalle und dann zack, einmal Schleimbeutel geplatzt, einmal hier Achillessehne angerissen, lauter so Dinge, da ist halt einfach die Schmerzen ist schon ein Zeichen, hey Moment mal, da ist was mit dem Körper. Da ich aber mein ganzes Leben lang mit Schmerzen gelebt habe und die musste man halt einfach versuchen, so lang wie möglich zu ertragen und zu übergehen, war das für mich auf einmal ein Problem, da tut was weh, ah ja, weiter. Na gut, das Laufen geht mehr auf die Substanz als so ein Radfahrroh, weil da nicht nur die Muskeln, sondern auch was anderes gestorben wird. Genau, und da muss man sich viel mehr in sich selbst reinhören und wenn es da weh tut, sollte man vielleicht lieber sagen, okay, jetzt nehme ich raus, das gab es aber bei mir nicht den Schalter, da tut was weh, weiter geht es und nochmal einen Tritt schneller, vielleicht geht es ja dann weg und das war sowas, was mir da wieder auf die Füße gefallen ist, aber was schon gerade im Radsport, diese Bereitschaft zu leiden, ist da schon ein wichtiger Punkt. Dann möchte ich ein Zitat einflechten von unserem gemeinsamen Freund Bastian, viele Grüße hier auf diesem Wege, den habe ich gestern Abend noch und du hast bei ihm glaube ich übernachtet, aber ich habe ihn geheimerweise angerufen und sage, sag dem Kai nichts, aber wenn du eine Charakterschaft von Kai jetzt mir sagen sollst, die dir ins Auge fällt, ich habe sie ja aufgeschrieben und jetzt löse ich das Geheimnis auf, Bastian hat ja die Klappe gehalten, nehme ich dann mal an, er hat, und da kommt das Wort Leiden, das steht hier zum Schluss eigentlich auf unseren Blättern, ich lese es jetzt aber mal vor, viele Grüße und es wird dich, du hast schon viel davon erzählt, aber es ist ja schön zu lesen, was jemand anders über ihn sagt und ich weiß, ihr seid sehr gut befreundet, von daher darf ich das raushauen. Kai 100 Mark ist jemand, der sich unglaublich quälen kann. Ich kenne niemanden in meinem ganzen Umfeld, der sich so quälen kann. Er ist extrem leidensfähig und das gilt in allen Lebenslagen und nicht nur sportlich. hat er 100% recht. Ich habe es ja jetzt schon erhört, aber es ist interessant, dass du das so sagst mit Leidenschaft und Leiden und das war eigentlich hier so ein letztes Zitat, was wir eigentlich als vorletzten Satz rausgeben wollten, aber es passt dir jetzt. den Podcast vorzunehmen, wenn du auf der letzten Seite schon angekommen bist. Nein, aber ich fand das interessant und ich glaube, das war jetzt bei Zwift auch, wo du sagst, da will ich schon mithalten und jetzt beim Laufen, das war jetzt ja nur ein kleiner Ausrutsch. Schöne Sache, schöne Geschichte. Interessant. Gut, gut. Gut, dann würde ich jetzt, was mich auch brennend interessiert, erstens das Ende der Radsportkarriere, was ja gleichzeitig Anfang der Triathlon-Karriere so ein bisschen ist, aber nennen wir es nicht Karriere, sondern wahrscheinlich eher so, weiß ich gar nicht, wie ambitioniert du da warst. Wie und wann und warum war deine Radsportkarriere beendet? Weil da habe ich auch tatsächlich nichts zu gefunden, warum du wann wie aufgehört hast. War das auch beim Team Telekom letztendlich dann? Genau. Ja, genau. Also eigentlich, es war im Alter von, 30 Jahren, ist Telekom dann, das Patronar, das Sponsorship, ist zu T-Mobile übergegangen. Und Telekom, da waren wir wirklich überwiegend Deutsche, wir hatten eben auch noch ein paar Italiener für die Berge und sonstiges. Als T-Mobile dann der Hauptsponsor wurde, sollte das Team internationaler werden, damit sie überall in den Ländern, wo sie auch in die Mobilfunkmärkte wollten, wollten sie Fahrer kaufen. Und es war damals, ein Team war auf 25 Fahrer begrenzt und sie wollten halt jetzt Holländer, sie wollten Tschechen und sonstiges. Das heißt, sie wollten sich international marketingtechnisch für diese Märkte verstärken und da mussten halt Fahrer, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist, wurden die Verträge nicht verlängert und da bin ich dann drunter gefallen. Bei mir ist genau in dem Jahr der Vertrag ausgefallen und wurde nicht verlängert. Jetzt war ich halt 30 Jahre, es war nicht Fisch, nicht Fleisch, was mache ich jetzt? Ich hatte mich nochmal so ein bisschen umgehört, hätte aber, wenn nur in so einem Team nicht mehr oberste, oberste Rieger, also wie gesagt, Telekom macht ja wirklich Weltklasse-Team, schon noch in einem Kategorie-1-Team, aber nicht Weltklasse-Niveau. Da habe ich irgendwie dann auch gesagt, ach, du hast jetzt dein Leben lang immer in Weltklasse-Teams gefahren und wie gesagt, da es mir Spaß machen soll, weiß ich nicht, ob ich die Motivation in den Spaß gefunden hätte, jetzt auf einmal da eine Stufe zurückzugehen und da habe ich gesagt, bevor ich irgendwas halbherzig in meinem Leben mache, suche ich mir einfach eine neue Herausforderung und da war so die Entscheidung, hm, was machst du jetzt? Eigentlich hast du noch total Bock, Sport. Der Zug ist abgelaufen. Der war abgefahren, ist nie abgefahren, aber mit 30 eigentlich schon, ja. Da habe ich gesagt, hm, was machst du jetzt? Radfahren kannst du ja echt schnell und macht ja auch Spaß und dann kam eben, was ich schon mal vorher erwähnt habe, diese Sport-Events, die jeder Mensch kennt, wenn man fragt, sag mir drei Sport-Events und da ist halt Olympia, Tour de France und Ironman. Olympia war dann auch der Zug schon abgefahren, vielleicht mal irgendwann noch im Reiten mit 70, aber dann habe ich gesagt, probiere es erstmal mit dem Ironman und da hatte ich auch wenig Ahnung vom Ironman und ich wollte Ironman Hawaii, weil von jeder spricht von diesem Ironman Hawaii und als ich das dann gemacht habe, habe ich angefangen zu laufen und war relativ schnell verletzt und dann war ich direkt in der Physiotherapie und musste da jeden Tag Physio, Fanko und immer, wenn ich da gelegen habe und dann hat mir die Therapeutin erzählt, ja, aber du weißt schon, du musst dich qualifizieren und dann habe ich gesagt, hm, ja, aber wenn ich dann schon zwei Wettkämpfe machen muss, dann mache ich das vielleicht professionell, weil dann kann ich mich vorbereiten, kriege es noch bezahlt und dann habe ich mir so eine Sponsoren-Mappe erstellen lassen und war aber weiterhin noch in der Physio und irgendwann habe ich da drei Wochen später, ich habe dann eine Mappe mir professionell erstellen lassen mit Bildern, mit so Werdegang, was ich vorhabe und dann habe ich zu der Physiotherapeutin ziemlich am Ende der Therapie gesagt, ich habe gesagt, hier hör mal zu, wenn du mal auch so einen wie mich, der da täglich in der Fanko liegt hast und der vielleicht irgendwo im großen Unternehmen ist, da gibst du dir mal meine Mappe und das war Vitamin B und das war also noch direkt nach meiner Radsportkarriere, ich habe so im Herbst angefangen, nach der Karriere angefangen zumindest mal zu schwimmen und zu laufen und das war dann irgendwann kurz vor Weihnachten und auf einmal kriege ich einen Anruf und da sagt einer, hier, ich habe auch in der Fangur gelegen und ich arbeite bei der Deutschen Bank, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen? und da hat er gesagt, hier, ich bin zu einem Zweig, die machen kein Sponsoring, aber wir haben einen Zweig, die machen die ganzen Aktiengeschäfte, X-Markets, die sind jung, die können sowas cool finden, ich stelle dir mal zwei Leute vor, geh mal mit denen essen und da bin ich mit denen essen gegangen und da war auf einmal die Frage nicht, machen sie irgendwie, ich hatte dann auch schon, weil ich ja vom Profisport konnte, kam, hatte ich so ein bisschen Ahnung, wie vermarkte ich mich und da war auf einmal gar nicht die Frage, machen sie irgendwie einen kleinen Sponsor oder Teilsponsor, was willst du haben? Alles klar, machen wir voll Sponsor, du bist unser Mann hier in Frankfurt und so ist es dann entschieden, dass ich da reingerutscht bin und dann war ich auf einmal jetzt Triathlon-Profi, hat aber bis dato noch nie einen Triathlon-Wettkampf gemacht, also ich war der erste Triathlon-Profi, der Top-Sponsoren hatte und noch nicht mal einen Wettkampf und dann habe ich mich halt auf den Ironman Frankfurt vorbereitet und musste dann natürlich auch erst mal richtig schwimmen lernen und dann auch wieder witzige Geschichte, bin ich, habe ich mich einfach in einem Schwimmverein angemeldet, bin zu dem Trainer hin, sag hier, ich bin ehemaliger Radprofi, mein Name ist kein 100 Mark, ich will jetzt Ironman machen, kann ich bei euch mitschwimmen? Sagt er, ja, geh mal auf die Bahn und dann habe ich gedacht, hat er mich jetzt nicht verstanden, hat er mich auf eine Bahn mit, ich glaube, die waren so zehnjährige Kinder und dann habe ich gedacht, hat er jetzt nicht verstanden, dass ich schon Tour und alles gefahren bin und dann gehe ich auf die Bahn und ich für meine ersten Bahn auf einmal merke schon, die ersten wieder hinten auf meine Füße schlagen, dann haben die mich nach einer Bahn, haben die mich schon einmal umrundet gehabt. Da habe ich gesagt, okay, es ist ein langer Weg bis zum Ironman, aber ich werde dann die Herausforderung annehmen und so ist das dann entstanden und wie gesagt, dann war dann im Sommer dann, wie gesagt, nach einem dreiviertel Jahr Training habe ich dann meinen ersten Ironman gemacht, Frankfurt, den ich aber noch als Agegrouper gestartet bin, weil ich dann, so ein bisschen von meiner Art sage ich hier, beim Radsport sind halt die Profis die Besten der Besten, ich habe ja noch nicht mal einen Wettkampf gemacht, ja, ich habe Sponsoren, die mich bezahlen, aber ich habe noch nicht mal einen Wettkampf gemacht. Hast keine Profilizenz gemacht. Genau, ich habe erst mal nur als Agegrouper bin ich da gestartet, bin dann direkt auf Anhieb war ich, ich glaube, Top 15 war ich, habe Agegrouper gewonnen und habe mich für Hawaii qualifiziert und Kannst du dich an deine Schwimmzeit noch erinnern? Ja. Würdest du sie mitteilen? Es war eine Stunde und sechs, aber an was ich mich mehr erinnern kann, dass ich Leute, Das ist gar nicht so schlecht. Ja, aber ich habe Leute auf dem Fahrrad überholt, wo ich sage, wie konnten die vor mir im Schwimmen sein, weil die haben überhaupt nicht einer Sportler ausgesehen. Es war für mich, war das mehr die Überraschung, wo ich sage, wie konnten die schneller als du schwimmen? Ja, da wusste ich, da ist noch Potenzial nach oben, aber Schwimmen ist rein Technik und gute Wasserlage und sowas. Naja, und dann habe ich dann eben in Hawaii die nächste Sensation, da bin ich eben auch als Agegrouper gestartet und da war das erstmals in Hawaii, dass die Agegrouper 20 Minuten später gestartet sind und dann kommt man beim Radfahren dann irgendwie, kam ich beim Radfahren rein und dann waren dann direkt die Gerüchte, ja, der muss abgekürzt sein, weil auf einmal war ich vorne auf Platz 4 bei den Profis, also ich habe weit über 20 Minuten gut gemacht, plus noch bei den Profis ganz vorne rein und bin dann eben auf Anhieb, da sind natürlich auch wieder viele an mir vorbeigelaufen von den Profis, aber bin dann 15er geworden und da habe ich gesagt, so eine ganz coole Sache, jetzt gibst du mal nächstes Jahr richtig Gas und dann habe ich gelöst und dann war aber genau der Fehler, ich habe gesagt, jetzt wollte ich dann mit Gewalt und die Haupt, wo ich am meisten rausholen konnte, meiner Meinung nach, war natürlich im Laufen, Schwimmen, man wusste sich, da ist ein bisschen Potenzial, Laufen bin ich 3 Stunden 20 gelaufen und habe gesagt, wenn ich da jetzt mal noch schneller laufe, dann bin ich Top 3 und da war dann die nächsten Jahre immer so mein Problem, dass ich immer, wenn ich eigentlich Topform hatte, irgendeine Verletzung beim Laufen mir zugezogen habe und dann war es so ein bisschen wechselhaft, aber wie gesagt, dann nochmal drei Jahre später war ich dann nochmal vierter beim Ironman in Klagenfurt und Hawaii dann auch nochmal Top 20 so, aber das dann auch nochmal zum zweiten Teil der Frage, es war für mich wirklich ein top bezahltes Hobby, weil der Radsport war ein Sport, der hat in Europa, heute ist das auch ein bisschen anders, aber der hat damals nur in Europa stattgefunden, das war Frankreich, Spanien, Italien, jetzt war ich Profi-Triathlet, ich konnte mir erstmal meine Destination selbst aussuchen und ich habe das Haus von Marcel Wüst angemietet, den habe ich ja nur vom Radsport gekannt, war drei Monate im Jahr in Australien, habe da schön entspannt trainiert, dann habe ich danach einen Wettkampf in Australien gemacht, von dem Wettkampf bin ich dann irgendwann mal nach Kanada geflogen, dann bin ich, also auf einmal waren die Wettkämpfe in der Welt und es war halt immer ein Erlebnis und es war eine ganz tolle Zeit, also so gesehen war das eigentlich ein Abtrainieren, sehr, sehr gut bezahlt, auf höchstem Niveau, mit einer Menge Spaß, aber auch natürlich mit Schmerzen verbunden, ja. Aber ist ja interessant, das heißt, du bist nicht gleich ins echte Berufsleben eingestiegen, sondern konntest dich weiter finanzieren über Sport, als Sportler. Und das ist ja dieses Tausendsasser-Ding, ja, was du auch schon gesagt hast, du wolltest einfach nur Sport machen und hattest das Glück, dass das auch finanziell ja dann super ging. Genau, genau. Und ich glaube schon, dass ich auch dem Triathl und Sport so ein bisschen was gegeben habe, weil zur damaligen Zeit, ich war eigentlich so der erste deutsche Athlet, der wirklich Großsponsoren, Deutsche Bank, große Bank und alles hatte und ich hatte dann auch direkt, weil ich es vom Radsport gekannt hatte, das war natürlich dann ganz nett, bei Telekom war Nalini der Bekleidungssponsor, die haben natürlich direkt mein Dress, dann habe ich mit einem Grafiker einen speziellen Design kreiert und das musste dann eben auch wie im Profisport schön mit den Sponsoren, das hatten die Triathleten dato gar nicht, die hatten ihre Laufshirts, da haben sie irgendwo vielleicht mit so einer, das sieht man nicht ganz so, aber das war dann so ein bisschen, das sollte so ein bisschen Terminator mäßig, die Hosen waren dann so wie so ein, wie so, ja, Kolben und alles, hatte ich das extra designen lassen, also ich hatte mir da viel Mühe gegeben und die Sponsoren schön sichtbar und das war damals beim Triathlon gar nicht so der Fall, die hatten teilweise nur mit so einer Heißpresse da irgendein Logo drauf gedruckt, auf ein Laufshirt, da hatte ich schon auch in der Szene einen neuen Wind gebracht und danach sind ja dann auch mehrere Sponsoren in diese Triathleten-Szene aus, zum Beispiel, dann war dann auch die Commerzbank, es war die Dresdner Bank, war großer Sponsor von einem ganzen Team, also auf einmal haben dann auch andere große Finanzsponsoren den Sport dann auch als Plattform entdeckt und die Triathleten haben dann auch angefangen, sich professioneller zu vermarkten. Wie siehst du momentan die Fahrradzeiten im Ironman? Ich finde die unvorstellbar schnell. Also als ich Triathlon gemacht habe, da war ganz klar, diese Tour de France Fahrer, das sind die Götter des Radfahrens, das sind die, und da kommen ja Triathleten, sind ja die, die nicht alles richtig können. Die können weder schwimmen noch Radfahren noch laufen, dann machen sie Triathlon. Das war immer noch so in meiner Jugend so ein bisschen der Tenor. Jetzt ist das ja so, die Zeiten, die da abgeliefert werden, die schwimmen alle unter 50 Minuten, das ist schon ziemlich schnell, muss man ja wirklich sagen, die Radzeiten, die da gefahren werden, knapp über vier Stunden, ist ja unvorstellbar, die Geschwindigkeit auf 180 Minuten. Und dann laufen die auch noch einen Marathon in dieser Zeit von unter zweieinhalb Stunden. Also zu deiner Zeit war ja ganz klar die Erwartungshaltung, naja, wenn der Kai da kommt, der muss ja die schnellste Radzeit hinlegen. Das ist ja ganz klar, das erwarte ich ja von dem Tour de France Profi, dass er da immer, ich glaube, das ist vielleicht heute nicht mehr so, wenn ich mir Zeiten von Jan Frodeno auf dem Rad angucke, das ist ja, der ist ja, also da weiß ich gar nicht, wie das so wäre, wenn jetzt so ein Wout van Aert die 180 Kilometer fahren sollte gegen Jan Frodeno. So einfach ist das nicht entschieden, glaube ich. Absolut, also auch da wieder zwei Antworten. Das eine, ich habe es selbst unterschätzt, weil ich habe natürlich auch gedacht, ich bin bei den Zeitfahren in der Tour oder in den Rundfahrten, da fährt man 50er Schnitt, die sind aber auch zwischen 20 und 50 Kilometer, die sie Zeit fahren. Und nicht 180. So, jetzt ging es um 180 und man wärmt sich bei dem Zeitfahren in der Tour auf einem Ergometer oder sonst was auf und nicht mit 3,8 Kilometer schwimmen. Das heißt, das war für mich auch, ich habe auch gedacht, ah, die bindest du dir ans Bein. Die bindest du dir ans Bein. Das war absolut nicht so, weil es ist halt, man fährt diese 180 in so einem Schmerztempo, man kann halt nicht richtig schnell fahren, weil dann schafft man nicht mehr das Laufen danach, das ist das größte Problem. Das heißt, das hat man ja im Hinterkopf und man muss immer so in einem Schmerzbereich fahren und dann fährt man nur, ist schon immer noch schnell, aber ich bin dann früher immer so ein 41, 42er Schnitt, aber es ist nicht mehr richtig schnell, aber wenn man richtig schnell fährt, kann man danach nicht mehr laufen. Das heißt, und auf einmal ist man gar nicht, sind es nicht mehr Welten zu den Triathleten, sondern ja, ich war oftmals der schnellste Radfahrer. Manchmal war aber auch ein Normen Stadler, war zu meiner Zeit, war auch ein sehr, sehr guter Radfahrer. Der war dann sogar manchmal vor mir knapp oder manchmal war ich dann auch mal der Schnellere, aber es war gar nicht so gesetzt, dass ich mit Abstand der schnellste Radfahrer war, sondern ich musste mich ganz schön lang machen, das zum einen. Zum zweiten, früher war die Generation im Triathlon so, die kamen aus irgendeiner Sportart, so ein Normen Stadler, kam vom Laufen, Radfahren, Jürgen Zeck war ein super Radfahrer. Heutzutage ist die Generation so, dadurch, dass der Triathlon über die letzten Jahre so einen Hype erfahren hat, die fangen schon mit Triathlon an, ich sehe es bei meiner Tochter und die sind komplett, die lernen schon als Kind sehr gut zu schwimmen, die fahren aber schon auch als Kind richtig Fahrrad und die laufen, kommen dann über die Kurzdistanz, haben einen enormen Speed und gehen dann auf die Langdistanz und die haben keine große Schwäche, die haben überall ihre Stärken und sind da auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das macht deshalb heute schon aus, das ist eine ganz andere Generation von Athleten, die jetzt da sind, wie so ein Jan Frodeno, der war schon ein super Kurzdistanzathlet, olympische Distanzathlet und hat sich dann weiterentwickelt in den Ironman-Sport rein und hat eigentlich keine Schwächen und ist ein extremer Athlet, also auch von der Körperstatur und alles her und plus natürlich auch, ja, das Material, sonst wäre ich in der falschen Branche, wird natürlich auch immer besser, aber die Zeiten, die die heute fahren, die sind wirklich enorm und dann noch hinten drauf dann auch die Zeiten, die sie laufen, also das ist schon eine Riesenleistung. Also ich hatte so ein Aha-Erlebnis bei den Olympischen Spielen in London, durfte ich zuschauen und war dann direkt dann im Hyde Park, wo die Brownlees an mir da vorbeigelaufen sind und da habe ich gedacht, meine Fresse, wenn die mal auf die Langdistanz gehen mit dem Speed, das ist ja, die können ja schon fast an einem 10-Kilometer-Lauf teilnehmen und die machen Triathlon und legen dann so eine 30er-Zeiten hinten drauf, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, es ist auch wirklich sehr ausgereizt, was da momentan acht Stunden, ich weiß noch, als Lothar Leder sieben Stunden 52 oder irgendwas mit seinem Bianchi in Rot gefahren ist, was das für eine Sensation war. Ja, heutzutage acht Stunden ist gar keine Sensation. Ja, ja, nee, Aber der Athlet ist auch wie im Radsport, da merkt man ja auch wieder anders geworden. Also früher waren es ja schon mehr die muskulösen Athleten in Lothar Leder und Jürgen Zick, das waren ja und jetzt ist ja der, ich glaube Blumenfeld heißt er, ist ja schon fast so eine Ausnahme. Er ist auch nochmal so ein bisschen mehr Muskulatur und so ein Froteno, die sind ja wie abgezogene Hasen. Ja, das ist unser Codewort für diesen Podcast. Abgezogene Hasen, ja. Früher haben wir gesagt, tapeziertes Skelett, das ist alles, du kannst ja wie beim Bergfahren nicht oben am Berg ankommen, wenn du nicht leicht bist und du kannst ja nicht solche Geschwindigkeit beim Lauf erreichen, wenn du auch noch Klapper fährst. Du musst leicht sein. Du wirst da gezwungen, so ein leichter Athlet zu sein. Ja, ja. Naja. Also da sieht man den Generationenwandel, wie sich der ganze Sport über die Jahre entwickelt. Das ist schon interessant zu sehen. Jetzt gab es einen Eklat, den kannst du auch gerne übernehmen. Nee, den kenne ich gar nicht. Nö? Naja, jetzt war ja trotzdem mal eine Situation, die man zumindest nachlesen kann und du wirst jetzt erzählen, wie es nun wirklich ist, weil wir es auch nicht wirklich verstehen. Bei dir wurde niemals irgendwas mit Doping nachgewiesen und du hast auch viele Erklärungen abgegeben, dass du dem widersprochen hast und da nicht mitgespielt hast. Nun kommt diese Sache auf dich zu, dass man dich beim Triathlon in Frankfurt auf einmal sperrt. Wo es ja gar keine, also ich verstehe nicht, wie kann man jemanden sperren, der ja gar nicht des Dopings überfüllt wurde. Verstehe ich nicht. Also ich lasse diese Frage jetzt mal so offen, kapiere ich nicht. Wie kann es dazu kommen, dass du beim Triathlon gesperrt bist? Und zwar lebenslang. Verstehe ich gar nicht. Ja genau, da gibt es auch schwierige Erklärungen dazu. Sache, es war halt eine medienwirksame Aussage des damaligen Veranstalters, der in seinem Ego gekränkt war, würde ich mal sagen. Es war so, es war eben der Tour de France-Skandal in 2007 und daraufhin hat der Veranstalter vom Ironman Frankfurt damals proaktiv auch um medienwirksam, dass nicht irgendwas auf seinen Sport da mit in Leidenschaft oder auf seine Sponsoren gezogen wird und hat verlangt von allen Profiathleten, dass sie eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Fand ich so ein bisschen zwiespältige Sache, weil man nimmt natürlich, was man immer als Profi, als Radprofi schon von klein auf eingetrichtert bekommen hat, nie geöffnete Getränke nehmen, weil man weiß nie, was in den Getränken drin ist. Wenn einem jemand böse will, nimmt man ein geöffnetes Getränk und ist auf einmal positiv, obwohl man sich gar nicht zur Schulde gekommen lassen hat. Im Triathlon ist das natürlich unumdingbar, man nimmt an den Verpflegungsstellen offene Becher, man weiß gar nicht, was man bekommt, aber nimmt die. Also das ist schon mal eine Sache, wo ich nur so mittel cool fand, aber ich wollte da auch nicht irgendwie außen vor und habe diese eidesstattliche Erklärung wie alle Top-Athleten unterschrieben. Kurz bevor ich die abgegeben habe, hat aber der Veranstalter auch nochmal in einem Interview gesagt, er ist besonders gespannt, ob ich diese unterschreiben werde und da fand ich mich halt persönlich angegriffen. Weil du vom Radsport kamst. Weil ich vom Radsport hatte mich da unter so einen Generalverdacht und das fand ich persönlich nicht schön, weil ich habe mich nicht zu Schulden kommen lassen und dass er mich eben da schon so ein bisschen vorverurteilt und daraufhin habe ich ihm und ich war in dem Jahr auch gemeldet in Frankfurt und er hatte mir in dem Jahr eben auch keine Startgarage zahlen wollen, weil er die Ironman-Sieger der letzten zwei Jahre hatte, war nicht so auf mich angewiesen unbedingt und wusste er da starten muss, weil Hauptsponsor Deutsche Bank kommt aus Frankfurt. Also war ihm klar, er hat auch für wenig Geld oder für kein Geld mich mit im Boot, weil ich werde starten und die brauchen immer bei den Profis prominente Zugpferde auch für die Zuschauer und alles fürs Fernsehen, für die Zuschauer. Ist ja wie im Henningerturm, Heimspiel. Genau, und da war ihm da sicher, dass ich so oder so starten werde, deswegen fand er es auch nicht so schlimm, dass er mich da so ein bisschen gedisst hat im Vorfeld. Ich habe ihm auch die Erklärung abgegeben, die Eides Stadtlese, habe aber auch meine Startzusage zurückgezogen und da wurde sein Ego enorm gekränkt und er, der auch so ein bisschen aus der Medienwelt kam, hatte dann eine sehr medienwirksame Aussage getätigt und er hat gesagt, Kai Hundertmark wird für den Ironman Frankfurt lebenslang gesperrt, weil ich meinen Start zurückgenommen habe, sonst habe ich gar nichts gemacht, ich habe ihm die Erklärung gemacht. Also es hatte nichts mit einer Erklärung oder irgendwas zu tun, sondern das war nur, weil er ja Veranstalter ist, kann er sagen, ich mag dich nicht mehr haben, aber er hat es ja medienwirksam gesagt, er sperrt mich lebenslang, also zum einen kann er mir keine Sperre raus, er kann nur sagen, dich möchte ich hier nicht mehr haben oder du brauchst nicht mehr starten, sowas, aber das hätte ja keinen so bisschen interessiert, aber wenn dann in den Medien, gerade wenn ein Tourskandal ist und er dann ausspricht, er sperrt einen Athleten lebenslang, dann hat es natürlich auf einmal eine ganz andere Wirkung. Und jemand, der keine Ahnung handdeckt, du bist für die gesamte Ironman-Serie gesperrt. Zudem, ja, und das war also ich bin in Klagenfurt gestartet, war dann in Hawaii 19er, 19er glaube ich war ich in Hawaii und Klagenfurt war ich 4. Also ich hatte auch meine Rennen ganz normal gemacht und im Nachhinein bin ich auch wieder in Frankfurt gestartet, also ich bin sogar vor, wann war es, vor 3 Jahren bin ich in Frankfurt nochmal jetzt als Hobbyathlet, als Altersklassenathlet wieder gestartet, weil ich so eine Ehe, ich habe auf Hawaii dann auch geheiratet, Jahre später und habe da so einen kleinen Eheversprechendeal, dass wir das alle 5 Jahre wiederholen, jetzt bin ich alle 5 Jahre in der Pflicht und es wird von Mal zu Mal deutlich schwerer, das letzte Mal war jetzt 2019, jetzt habe ich noch 2 Jahre, 2024 wird das nächste Mal sein, also ich habe noch 2 Jahre Schundfrist, aber das war natürlich totaler Humbug, ich kann da ganz normal starten, es war nur von diesem damaligen Veranstalter und was mich so, mir war das damals relativ egal, die Sponsoren, alle haben hinter mir gestartet, ich bin hinter mir gestanden, ich bin in Österreich und Hawaii gestartet aber was für mich unschön ist, ist natürlich, wenn man Namen Google kommt direkt bei Wikipedia oder sonst was, diese eine Aussage, die natürlich was ganz anderes assoziiert und das ärgert mich, aber am Ende muss man drüber stehen. heute ist es wahrscheinlich wurscht, aber damals, es ist ja doch schon doof, wenn seine Person so ein bisschen misskreditiert warst, schon der Name war ja bekannt, ich glaube nicht, dass du ein Unbekannter in der Sportszene warst. Am Ende muss man über sowas, ich hätte dann weiter so einen kleinen Krieg führen können, man muss einfach sagen, drüber stehen, abhaken und nach vorne schauen und so war es, es war nochmal eine Aussprache im Fernsehen gewesen, wo er es dann wieder relativiert hat und zurückgenommen, aber klar, was natürlich einmal irgendwo in den Medien steht und mittlerweile einmal im Internet steht, steht da, muss man drüber stehen, abhaken und weiter geht's. Das ist für dich komplett durch. Ja, ja. Da ist, ja, das ist gut. Jetzt bist du Triathlon, wenn ich das so raushöre, immer noch ambitioniert, das heißt, wenn du startest, hast du schon Bock eine Hawaii-Kvali zu ziehen oder musst du wegen dem Versprechen? Genau, also die Ambition ist, Also das ist ja hier die Anekdote, die ist ja der Hammer. Ja, die war auch ganz witzig und zwar, überhaupt, wie es dazu kam, weil ich hatte damals für einen anderen Radhersteller wie für heute gearbeitet. Heute bin ich ja bei Stork. Früher war ich bei einem kanadischen Fahrradhersteller, Cervelo, der mich auch zu meiner aktiven Profi-Zeit gesponsert hat mit den Fahrrädern im Triathlonsport. Und dann hatte ich für Cervelo in meinem letzten Profijahr war ich in Top-Form und wollte den Ironman in Frankreich starten. Und ich hatte wirklich eine Top-Form gehabt und eine sehr, sehr schwere Radstrecke in Frankreich. Also ich hatte mir da sehr viel ausgerechnet. Ist doch Nizza oder nicht? Nizza, genau. Hat mir sehr viel ausgerechnet und drei Wochen zuvor war ich mit den Kindern spielen auf so einem Spielplatz mit Trampolin und beim Trampolinspringen Knöchel gebrochen und dann war es vorbei gewesen. Und dann habe ich im traufolgenden Jahr nochmal einen Karriereabschluss bei dem größten oder historischsten Rennen in Deutschland in Rot gegeben und dann war es mit Triathlon erstmal Profikarriere und alles vorbei. Jahre später hatte ich eine Messe gehabt für Cervelo beim Ironman in Nizza und hat aber auch keinen Triathlon mehr gemacht, habe aber weiterhin noch Sport gemacht, aber keinen Triathlon, nicht mehr geschwommen und nichts mehr. Und dann kam so, jetzt bin ich ja eh schon da auf der Messe und eigentlich die Strecke geht direkt da vorbei, könnte ich eigentlich mitmachen. Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt, was hältst du davon? Ich mache da mit bei diesem Ironman, ich bin ja eh da unten bei der Messe und wenn ich mich für Hawaii qualifiziere, dann heiraten wir auf Hawaii. Sie hat gemeint, ja, mach du erstmal mit, wie willst du das machen ohne Training? Sag ich, naja, irgendwie wird es schon gehen. Das ist ja geil. Und dann, und es war, man muss aber sagen, es war halt auch noch nicht so weit, mein letztes Triathlon-Jahr war 2010, das war 2013. Dann habe ich gesagt, na, Radfahren geht eigentlich immer, da kannst du mich nachts um drei wecken, da kann ich die Strecke fahren, das andere werde ich mit Charakter und Ehrgeiz schon hinbekommen. Und dann habe ich halt wirklich drei Tage auf der Messe gestanden, habe dann frei bekommen um mein Rad schnell einzuchecken am Tag vorher und habe dann tatsächlich am Start gestanden und bin dann geschwommen, auch wieder so eine Stunde sieben oder sowas, war im offenen Meer ohne Training groß, Radfahren war ordentlich, war solide, war irgendwas, knapp fünf Stunden für die Strecke war das super. Ja, sehr wellig. Ja, 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 der Berg geht auch einen richtigen Berg hoch. Man denkt, Nizza ist am Wasser, aber das Hinterland ist richtig. Seealpen rein und dann Laufstrecke war schon eine lange Quälerei, will ich es mal so sagen, es wurde immer langsamer, am Ende waren dann auch ein paar Gehpassagen dabei, aber ich habe mich tatsächlich mit blauem Auge und Hängen und Wirken mit Nachrutschen habe ich mich für Hawaii qualifiziert. Daraufhin musste ich meinem Eheversprechen nachkommen und dann sind wir dann in dem gleichen Jahr, wollten wir meine Chefs damals noch nicht mal freigeben. Dann habe ich gesagt, hier Moment mal, ich meine, wir sind die Triathlon-Marke, wir sind auf Hawaii, ich habe ja schon noch einen Namen, bin jetzt, naja, und dann mit viel Zureden durfte ich, habe aber nur eine Woche Urlaub bekommen. Das heißt, ich bin zwei Tage vorher angereist, Rad eingecheckt, dann mussten wir noch alles für die Hochzeit organisieren, die ja dann nach dem Wettkampf ist und so gesehen, also auch da wieder Hawaii, komplettes Desaster, aber ich musste ja nun durchkommen und so durchkommen, dass ich am nächsten, am übernächsten Tag noch Ja sagen konnte und so war es dann auch, aber ich war dann irgendwie so in Euphorie, dass ich gesagt habe, weißt du was, das war jetzt so schön, das machen wir alle fünf Jahre und da werde ich jetzt und da sind auch zehn Freunde mit mir hingeflogen, also wir waren da mit einer großen Gruppe, hatten ein Haus, war sehr schön und ich war halt dann so in der Euphorie, das machen wir jetzt alle fünf Jahre, jetzt werde ich halt leider da beim Wort genommen und ich bin dann, wenn ich was sage, dann mache ich das auch und jetzt musste ich schon, wie gesagt, 2019 ran und jetzt 2024. Aber das bedeutet auch, du bist immer fit, du machst immer Sport, auch jetzt heute. Ich mache immer Sport, aber jetzt bei weitem nicht auf einem Wettkampfniveau, dass ich eigentlich Wettkämpfe machen könnte, sondern ich muss dann. Aber du weißt auch, was du zwei, drei Monate vor dem Wettkampf machen musst, um wieder auf das hinzukommen. Der Körper erinnert sich ja wahrscheinlich auch. Er erinnert sich, aber ich merke schon, es wird immer schwerer, wieder auf das Niveau zu kommen. Aber du wirst auch immer älter, du kommst ja in die nächste Altersklasse. Es wird irgendwann hoffentlich leichter, weil die Konkurrenz weniger wird, das hoffe ich so ein bisschen. Das heißt, du hast in Kajoloa-Kona geheiratet? Ja, genau. Ist ja sensationell. Oh ja, was man alles so erfährt. Soll ich das mal in Wikipedia für dich nachtragen? Ja, genau. Soll ich das mal nachtragen? Ja, genau. Der Übergang in die Berufswelt, das haben wir schon mitbekommen, du bist zu Cervelo gegangen, also du bist, dann hast du da schon vorher Kontakte geknüpft, weil du für die gefahren bist, kannten die dich und war das immer schon so ein, du hast ja schon gesagt, Abitur und so, hast dich schon relativ sicher gefühlt, dass du bist ja dann auch nicht auf den Kopf gefallen, wahrscheinlich. Geht ja auch nicht, ich hatte ja keinen Helm. Genau. Du musst ja aufpassen auf dem Kopf, konnte ja nicht drauf fallen. Blöder Kommentar. War das denn der Plan B, den du in der Tasche hattest, mal in die Fahrradbranche zu gehen oder hast du es auf dich zukommen lassen, weil, dass du nochmal als Profi-Triathlet nochmal Geld verdienen konntest, war ja auch nicht so selbstverständlich. Das hat sich auch nur so ergeben, mehr oder weniger. Genau, genau. Und so hat sich das eben auch ergeben, ich bin eben schon in meiner Profikarriere die Marke gefahren und die haben mich dann gefragt, hier magst du nicht in den Vertrieb gehen und bei mir hat sich dann so ein bisschen die Frage gestellt, viele aus der Profiszene gehen ja dann trotzdem in den Profisport rein als sportlicher Leiter oder was auch immer und da habe ich aber auch gedacht, da bist du so auch wieder eingeengt, du kannst dann, wenn das eine Team zumacht, kannst du eigentlich nichts anderes machen, als nur in ein anderes Team zu gehen. Da habe ich gedacht, Vertrieb hört sich eigentlich ganz gut an, Produkt ist auch sehr gut, mache ich doch mal das, weil wenn du damit nicht wirst, hast du zumindest wieder was dazugelernt in deinem Leben und dann kannst du, Vertrieb ist sehr vielfällig, kannst du irgendwo anders in den Vertrieb oder was auch immer oder kannst du was anderes vertreiben, du lernst erstmal, du bildest dich weiter und mir macht es halt schon immer Spaß mit Leuten zu kommunizieren und umzugehen und es war natürlich was, das Produkt selbst war ein Ding mit zwei Rädern, meine Leidenschaft, das verstehe ich und da habe ich glaube ich auch eine ganz gute Glaubwürdigkeit, ich probiere es mal und es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen und dann habe ich das, wie lange habe ich das gemacht, ich glaube fünf Jahre gemacht und es war eine super tolle Zeit und dann hat sich aber da so ein bisschen die Vertriebsstrukturen geändert und das hat mir dann nicht so gepasst, dass das so ein bisschen downgegradet wurde vom Produkt mit einem Zusammenschluss und dann kam eben das Angebot von der Firma Stork, mit der ich eben schon sehr, sehr lang zurück eine Historie habe, die auch aus meiner Region kommt, aus Frankfurt und den Gründer von Stork, den Markus Stork, den kenne ich halt seit meiner Kindheit, das eine Bild hier, das man da auf dem Bildschirm sieht, ist tatsächlich ein Fahrrad, das war mein erstes 28 Zoll Rennrad, das ich bei dem Vater von Markus Stork gekauft habe, also auch wieder so ein ganz netter Kreis, was ich immer schön finde im Leben, wenn sich so Kreise schließen und das war der Kreis und das Produkt war ein High-End-Produkt und es geht halt da auch nur um Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes, nicht um Kinderräder, weil da ist definitiv nicht meine Fachkomponenz oder Hollandräder oder Klappräder, sondern es geht um das Sportgerät, wo ich mich glaube ich wirklich gut auskenne und so bin ich dann da reingerutscht und über Vertriebsleitung international zu kompletter Vertriebsleitung, Head of Sales und jetzt noch ein Konzeptstore und top, also ich bin da ganz gut angekommen, eingespannt. Also auch wirklich so, dass du bei Stork was mitbewegen darfst? Ich darf mitbewegen, habe da wie gesagt auch meinen eigenen Store und jetzt habe ich nochmal wieder eine andere Seite, weil vorher war es ja eher das Geschäft mit den Distributeuren, Händlern, jetzt bin ich zudem noch mit dem Endkunden im Gespräch und das macht mir natürlich auch Spaß mit den Endkunden, denen so, das stelle ich auch, mache ich das Fitting direkt, das finden die natürlich ganz toll, wenn da halt mal so ein Profi drauf schaut. Ich glaube eben über die ganzen Jahre habe ich da schon auch ganz gute Erfahrungen und es macht mir einfach Spaß, Leute auf das Rad zu bringen und den Spaß am Radfahren zu vermitteln und es ist so eine ganz runde Sache. Ja, Frankfurt da, ihr seid ja in der Nähe von Frankfurt. Genau, ja, zentrale Headquarter ist nördlich von Frankfurt, ja, im Taunus und Itzstein und mein Wirkungsmittelpunkt ist jetzt Wertheim, das ist bei dem Wertheim Village, also im Süden, also kurz vor Würzburg, Süden von Frankfurt, und ne, ist eine ganz schöne Sache. Sehr gut. Ja, man sieht, dass du ja abenteuermäßig, also wir haben so Bilder im Hintergrund, wo man dich auf dem Mountainbike und mit dem Fahrrad in so einem Fluss rumlaufen sieht und habe ich ja auch schon angekündigt am Anfang, dass ja das Gravelbike jetzt ja irgendwie Einzug erhalten hat und du warst ja Crossrennfahrer, das heißt, du kennst diese Art von Fahrrad ja so ein bisschen, aber das Gravelbike ist ja doch irgendwie was anderes. jetzt ist glaube ich bei dir ja auch so ein kleiner Shift passiert oder wie bist du zum Bikepacking oder auf diese Abenteuerschiene gekommen und was hast du da so gemacht, ist das jetzt was Neues, wo du sagst, Ironman ist langweilig, jetzt mache ich Abenteuer, wie ist das passiert? Ja, auch so die Geschichte war so, dass sowieso schon die letzten Jahre bin ich eigentlich den kompletten Winter immer auf erstmal Crossrad, war unser Tix bei Stork, aber es war ein klassisches Crossrad und da bin ich halt aber auf dem Winter hatte ich nie so Spaß auf der Straße zu fahren, schmuddeliges Wetter, nasse Straße und das Schöne an Frankfurt ist, man denkt es nicht so, aber es ist zwar eine kleine Großstadt Frankfurt, aber direkt an einem Riesenwaldgebiet, das schön flach ist, wo auch der Flughafen, die Landbahnen sich befinden, das heißt man kann kilometerlang flach auf diesen Waldautobahnen, die fünf Meter breit sind, schön dahin rollen, entspannt fahren, man fährt 50, 60 Kilometer, kommt nicht mit Autos in Verbindung und gerade im Winter ist es deutlich weniger kalt, man hat nicht so den Fahrtwind, weil man natürlich auch etwas langsamer unterwegs ist, plus man ist Wind geschützt im Wald und man ist eben nicht so, wenn die Autos vorbeirauschen, wenn dann mal Schneematsch ist, dann sieht man aus, wie ein Schwein und das hat man alles nicht mehr, sieht es auch aus wie ein Schwein manchmal, wenn es nass ist, aber das ist irgendwie angenehmer und deswegen habe ich schon die letzten Jahre immer im Winter, ich bin eigentlich von Oktober bis März, wenn das Wetter bei uns gut wird, nur Cross gefahren und dann später eben, als so die Gravel, die ersten kamen, auf ein Gravelbike, eben gleiche Strecken gefahren und das war so mein Kontakt mit einem Gravelbike und durch eine Freundin, die so ein bisschen in dieser Bikepacking-Szene ist, hat sie gesagt, komm, lass uns doch mal sowas machen, das ist totales Abenteuer und ich so, auf dem Boden schlafen, mit Zelt, das Ganze ertragen und naja, und so gab eins zum anderen und dann habe ich ja, wie gesagt, diesen Freund Basti, den ich eigentlich immer nur fragen muss und er weiß manchmal gar nicht, um welches Abenteuer er geht, aber er sagt immer, bin ich dabei, bin ich dabei und da wusste ich schon, okay, der auch noch und dann haben wir uns zu dritt, es gibt, da gibt es glaube ich auch ein Rennen über die Kanaren und wir haben uns da so ein bisschen angelehnt und haben gesagt, ach, Rennen muss jetzt nicht mehr sein, aber lass uns doch mal einfach so, genau, aufs Gerade wohl nach so einer Insel fahren und mal die Insel, die ich eben nicht als Radsportler abgefahren bin, da war ich eben auf Fuerteventura als Triathlet, als Radsportler war ich auf Lanzeroth und dann haben wir uns jetzt mal um die Inseln so ein bisschen nach den Inseln geschaut, wo ich eben nur nicht gewesen bin und das war dann, ging los mit Gran Canaria, mit Teneriffa und La Palma und da sind wir von Insel zu Insel mit der Fähre gefahren und auf den Inseln sind wir aber immer geschaut, dass wir einmal komplett über die ganze Insel fahren und es war komplettes Neuland mit so viel Gepäck dran, auch versucht, das leichteste vom leichtesten, am Ende war wieder mein Gepäck das Geschwärste überhaupt, aber es war eine ganz tolle Sache und dann habe ich da gemerkt beim Losfahren schon gleich am ersten Tag, das ist total egal, ob du da jetzt richtig reintrittst und Gas gibst oder ob du einfach genießt und dahin rollst, das macht 2 kmh aus und es ist überhaupt kein Unterschied und auf einmal ist bei mir so eine entschleunigende Wirkung eingetreten, was ich gar nicht gekannt habe, in meinem Leben ging es immer nur um schneller, höher, weiter und irgendjemanden abzuhängen und da war es auf einmal so, wir sind gefahren, wir haben auf einmal nach rechts und links was von der Natur gesehen, weil du bist da mit, ich sage mal so, wenn du richtig Gas gegeben hast mit Gepäck, wenn es ein bisschen wellig war, bist du irgendwie 25 kmh gefahren, wenn du einfach so dahin gerollt bist, bist du 23 kmh gefahren und dann sind wir einfach mit 23 dahin gerollt und wir hatten auch jetzt gar keine festen Plätze uns ausgesucht, wo wir campieren oder wo wir in ein Hotel gehen, sondern wir haben gesagt, wir fahren und wenn es dann Richtung Abend geht, dann gucken wir, wie weit kommen wir noch und da schlagen wir unser Zelt auf und das war so eine entschleunigende Sache und es war so back to the nature und ich war total geflasht von der Sache. Das erste Mal im Leben keine Schmerzen beim Radfahren. Auch wieder nicht ganz richtig, auch da wieder eine ganz nette Anekdote und zwar erste Nacht war man im Zelt und zwar auf Gran Canaria und dann die zweite Nacht war direkt unten am Haar die zweite Nacht und dann sind wir noch am zweiten Tag mittags nach Teneriffa und sind in Teneriffa noch ein Stück gefahren in so einen ganz kleinen Ort und in ein superschönes Hotel gegangen und da war ich mit Basti im Zimmer und Basti hat nachts die Klimaanlage angehabt. Am nächsten Morgen hatte ich keine Stimme mehr gehabt und war total heiser, war so leicht erkältet und dann habe ich gesagt, ach, diese Klimaanlage und dann sind wir gefahren und dann habe ich mich auch nur so mittel auf dem Rad gefühlt, auch schon wieder so ein bisschen Schmerzen gehabt. Abends haben wir am Fuß vom Tite wieder auf einem Zeltplatz übernachtet. Ich musste nachts raus, um Wasser zu lassen. Hat Schüttelfrost gehabt, denke ich, das ist komisch, aber irgendwie gedacht, geht weiter. Nächsten Tag zum Tite hoch, habe ich mich gequält, um am Basti dran zu bleiben und habe schon gedacht, das gibt es doch gar nicht. Jetzt bist du schon auf so einem Niveau, dass du mit einem Hobbyfahrer schon Probleme hast. Das darf man jetzt nicht hören. Also, das Mädel ist weit vor uns gefahren und ich bin so mit dem Basti den Berg da ewig hochgefahren. Den geht schon schwer. Irgendwie hat es schon auch wieder was mit den alten Zeiten zu tun, dass es einfach schwer geht. Vielleicht ist es das Alter. Vielleicht klemmt die Scheibenbremse. Ja, die Erkältung. Ja, immer noch so ein bisschen Halsschmerzen gehabt. Zwei Tage später am letzten Tag sagen meine beiden Mitradler, hier du, mach doch mal einen Corona-Test. Vielleicht hast du Corona. Da sage ich, nein, das war die Klimaanlage am ersten Tag. Da habe ich am letzten Tag einen Test gemacht. Da hatte ich Corona gehabt. Das heißt, die ganze Woche Corona. Eine Woche über die Kanade mit 20.000 Höhenmeter mit Corona gefahren. Also, bei meinem Körper geht es anscheinend nur mit Schmerzen. Sonst fühlt er sich gar nicht wohl. Und die anderen beiden nicht angesteckt? Nicht angesteckt. Die eine hat es eben Wochen vorher gehabt, die hat nicht angesteckt. Und Basti hat es auch nicht bekommen. Obwohl hier in einem Zimmer. Aber Zelte hatte jeder für sich. Genau, genau. Krass. Ja, ja. Also, so gesehen waren auch da wieder so ein bisschen. Aber es war trotzdem mehr Genuss. Wir sind so den einen Berg. Dann haben wir ja das Witzige auch da wieder, der Kreis. Schreibt der Basti dich an hier. Du kennst dich doch La Palma aus. Gib uns mal eine Rute. Das müssen wir den Leuten ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist. Also, ja, ja. Kannst du gerne machen. Ja, ja. Aber sag du ruhig mal. Nein, also, wir haben nicht so den direkten. Wir kennen uns lange, aber eher aus der beruflichen Welt mit Cervelo und Stork und diese ganze Sache. Aber wir kennen uns sportlich halt nicht. Aber unser gemeinsamer Freund ist halt Bastian. Und der hatte mir dann gesagt, also, er hatte mir im Vorfeld der Reise schon gesagt, dass er die macht. Und ich habe gesagt, wow, würde ich das gerne. Und dann machen über die kanarischen Inseln hüpfen und so. Das ist auch so eine Sache, die ich wirklich gerne machen will und zählt und so und so weiter. Aber ich hatte gar keine Zeit. Und außerdem kann ich mich nicht fremd einladen. Das geht auch gar nicht. Und ich hatte auch gar keine Zeit. Und dann hatte ich gesagt, Mensch, Bastian, nehmt doch auf alle Fälle La Palma mit rein. Ihr werdet das bereuen, wenn ihr es nicht macht. Ja, weiß noch nicht, wie die Strecke geht. Und eure gemeinsame Freundin, die mit war, hat das, glaube ich, geplant, die Strecke. Aber er wollte Kai unbedingt in die Berge. Möglichst steil. Als du das eben erzählt hast in Frankfurt, ja, alles flach, wo ich gesagt habe, ach, du Scheiße, hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Es sind ja gar keine Berge. Und dann weiß Bastian, dass ich, La Palma ist mein, also wenn man das nennen darf, das ist mein Wohnzimmer. Das ist für mich die grandioseste Insel, auf der ich Fahrrad fahren darf. Und ich bin auch nicht der begnadete Bergfahrer, aber es ist genau so, es ist doch scheißegal, wie langsam ich den Berg hochfahre. Hauptsache ich genieße die Landschaft und habe diese Entschleunigung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wart auf der Tour und dann einen Tag vorher, bevor ihr die Fähre nach La Palma nehmen wollt. Ja, wir sind dann doch morgen auf La Palma. Das ist ja spontan. Ja, kannst du nicht mal eine Strecke für uns planen auf Komoot? Ich sage, super, es ist irgendwie 20.30 Uhr. Genau, abends noch. Wieso, die hast du doch sowieso alle auf der Platte. Naja, natürlich habe ich sie auf der Platte, aber es ist ja trotzdem 20.30 Uhr, okay. Und dann erst mal mit Komoot connecten und alles, dass du die Strecke hast und ihr die Strecke habt. Und ich weiß nicht, das hat bestimmt anderthalb Stunden, zwei Stunden gedauert, bis ihr die Strecken hattet. Ja. Hat mir aber so gut gefallen, diese Herangehensweise hat mir so gut gefallen, nicht alles bis ins kleinste Detail steht. Genau, laufen lassen. Das war halt eben genau das. Und das, das ist auch eine erzieherische Maßnahme bei mir, weil ich ja auch eigentlich derjenige bin, der schon alle Routen auf dem Garmin haben will und jetzt mache ich diese Tage durch. Nein, es geht eben auch so. Ich rufe meinen Freund an, also in dem Fall jetzt Bastian mich, hast du ein paar Tipps, schick mir doch mal die Strecke. Und das ist natürlich mega cool, dass wir heute die technischen Möglichkeiten haben. Hey, ich plane das kurz bei Komoot, gebt die Strecke frei, ihr macht das auf eure Geräte und morgen geht los. Ja, absolut. Aber ihr wusstet an dem Tag vorher noch nicht, was euch die nächsten zwei Tage erwartet. Und das finde ich ja so geil. Ja, nee, und das war das Schöne an dem Trip. Und die Strecke war wirklich auch da nochmal großes Kompliment. Jetzt bitte vor der Audience. Ja, ja, nee, großes Kompliment, Top-Strecke. Null Verkehr, da war schon überwiegend Asphalt, aber Null Verkehr. Und dann sind wir aber auch diesen einen Berg gefahren. Ich glaube, früher hätte ich es gehasst. Und jetzt war einfach schön. Wir sind viereinhalb Stunden diesen einen Berg da hochgefahren. Wir haben... Bocke de los, muchachos. Genau. Von Garrafia. Superschöne Bilder oben gemacht. Es war ein traumhafter Blick. Man wurde mit einer ewigen Abfahrt entschädigt. Und sowas hat man früher gar nicht genossen. Da ist man irgendwie da hochgehäschelt. Puls 190, ja. Oben über Kreuz geguckt. Da hätte man noch nicht mal die... Die Zeitung genommen oder noch nicht mal hier diese Kuppeln da gesehen, sondern man hätte eigentlich nur das Hinterrad des Vordermanns. Ich hätte schon wieder überlegt, wie fährst du auf der Abfahrt wieder das Loch zur Spitzengruppe zu. Und das war jetzt einfach so, du bist gefahren, du hast in die Natur geguckt, du hast auf einmal Blumen gesehen, du hast... Also es war wirklich für mich so eine tolle Erfahrung und ganz, ganz toll. Und auch wie du auch sagst, es war so in den Tag rein und wir hatten eben schon so eine grobe Strecke mal, aber jetzt nicht alles bis ins Glanz geplant, sondern wirklich ganz spontan. Und es war eine Sensation gewesen. Also es war ein ganz tolles Erlebnis und seitdem bin ich wirklich von dem Bikepacking total gefangen. Diese Freundin von mir, die hat mir dann auch noch... Der Basti hat sich ja von dir die Taschen und alle so ein bisschen... Weil er hat ja auch gar keine Ahnung gehabt. Er hat zwar ein Fahrrad gehabt, aber Taschen und alles... Ich weiß, er hat mich zwei Wochen vorher angerufen, denn welche Taschen muss ich haben. Er hat uns dann auch... Ich glaube, kam auch von dir noch eine Liste, was wir überhaupt alles reinpacken müssen, hat er dann rumgeschickt und dann habe ich nur abgehakt. Und also es war einfach ein komplett tolles Abenteuer, ganz neue Erfahrungen. Und für mich auch so super entschleunigend. Ich bin total jetzt wirklich geflasht und begeistert von diesem Bikepacking und dieser Verbundenheit, Natur, Abenteuer, sich treiben lassen und was erleben und drauf aufs Rad und kommt nicht auf die Zeit an, sondern der Weg ist das Ziel. Aber das geht nur mit Taschen am Rad. Wenn du bei dir in Frankfurt im Wald rumfährst, dann fährst du schon schnell. Da fahre ich schon schneller meistens. Und ohne Taschen. Okay, also sobald du Taschen dran hast, erst dann kriegt man... Dann kriegt man den Quäl-Dich-Geist. Genau, genau, genau. Wir haben eine neue Sache herausgefunden auf unserer Tour, wo wir eine Woche durch Skandinavien gefahren sind, was auch unheimlich befreiend ist, wenn man sich Hawaii-Hemden anzieht. Okay, habe ich gesehen auf Bildern, ja, weil ich bin ja jetzt Follower. Du bist Follower, ja, also das war natürlich einfach nur ein blödel Gag, ne? Wir haben Hawaii-Hemden gesehen und irgendwie, ach, übertreib's nochmal ein bisschen, über die Stränge schlagen. Und soll ich dir was sagen? War richtig cool. Einfach so, dass man absichtlich sagt, ich verlangsame nochmal. Das fängt ja schon an mit dem Kaffeebecher hinten an der Arschrakete. Dass man sagt, das ist ja gar nicht aerodynamisch, aber irgendwie hat das irgendwie so ein... Keine Ahnung, die anderen wollten das eher haben. Und ich dachte mir, das muss ich jetzt nicht haben. Ich habe ja eine Rahmentasche. Kann ich auch den Kaffeebecher in meine Rahmentasche reinmachen? Aber irgendwie wollte man dann doch so ein Hipster-Feeling machen, so machen, alle mache ich jetzt auch. Wenn man bewusst, absichtlich sagt, ja, ich habe jetzt ein flatterndes Hawaii-Hemden. Du bist doch Rennfahrer. Das ist ja der Super-Gaune, flatterndes Trikot oder ein Flatter-Hemden. Aber wenn ich es dann absichtlich mache, um den Leuten nochmal klarzumachen, ich will ja gar keinen Schnitt fahren. Ich will ja die Landschaft genießen. Dann manchmal braucht man das. Ja, gut, die Bikepacking-Szene, die echte, also die haben ja alle ein lockeres Hemd an. Also Mann wie Frau, wenn wir bei so einem Gravel-Festival sind, die Leute sehen. Sieht man oft. Nicht unbedingt die Leica. Nicht unbedingt, also oft eine normale Radhose, einfach weil es sich besser sitzt, um Sitzprobleme zu vermeiden. Aber ansonsten, jetzt müssen es nicht so hässliche Hawaii-Hemden sein, wie die Jungs anhatten. Aber ein flatterndes Hemd ist, glaube ich, was das angeht, psychologisch tatsächlich schon für viele das Werkzeug zu sagen, okay, das ist jetzt Urlaub und nicht Radfahren. Das war tatsächlich eine Frage, wo ich gesagt habe, war das für euch jetzt, wie hast du die Tourwagen und Urlaub, anstrengend, entspannt? Und das hast du ja schon alles ausgeführt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja interessant, dass die Tasche am Rad auf einmal diese Entspanntheit ausgelöst hat. Ja, ja, und ansonsten auch ganz nette Geschichten drumherum, so neue Eindrücke. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Stylist oder irgendwas bin, aber man muss ja extrem auf sein Gewicht achten, weil man hat ja nicht unnötig viel Platz in dieser Tasche. Ich habe mehrere Geschichten darüber gehört. Es geht ja schon mit der Begleitung los. Also was ziehe ich auf dem Flug auf die Kanaren an? Und du konntest halt keine Turnschuhe mitnehmen, weil wo hättest du die dorthin gemacht? Es ging ja nur Flipflop, Flipflops. Wenn es doch mal kühler wird, hast du das Problem mit den Socken. Also bin ich in einen großen, bekannten Sportsupermarkt gegangen, französischen, und habe mir erst mal so Adiletten wieder gekauft, weil da kannst du ja mit Socken rein und so eine Ballonhose, wo du noch die Beine absippen kannst, die super leicht war, super klein. Und das war dann mein Reiseoutfit, also mit Socken, Adiletten und dieser Ballonhose und einem T-Shirt, weil wir hatten nur, jeder nur ein T-Shirt mitgenommen, dann auf die Kanaren. Dann kommen wir an, wir hatten halt Business gebucht. Und wir kommen an Lufthansa und da gibt es ja meistens zwei Finger, weil Business steigt vorne ein. Und wir kommen an und da kommt uns ich, du hast erst entgegen gesagt, nee, 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 ihr müsst da hinten rein. Also es war ganz nett. Weil ihr ein bisschen mehr wie touristisch aussagt. Dann habe ich gesagt, vielleicht sehen wir nicht so aus, aber doch, wir müssen da vorne. Und dann war sie natürlich todpeinlich gewesen. Und sie sagt, ja, weil wir haben schon die Business vorher aufgerufen. Dann sage ich, ja, alles, alles gut, ja, aber wir müssen mit der Bekleidung sparen. Ja, genau. Also es war schon auch ganz, alles das Ganze drumherum. Es war einfach eine tolle Sache. Und kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal weg von dem Mainstream, weg aus der Stadt, mal solche Dinge machen, sind tolle Erlebnisse. Ja, und es gibt viele Leute, die auch, das ist jetzt ja auch ein Trend, der immer mehr zunimmt, diese Mikroabenteuer, so nennen die Leute das gerne und ich benutze auch diesen Begriff, Freitag bis Sonntag einfach mal so ein Overnighter oder halt zwei Overnighter dann zu machen oder halt nur Samstag, Sonntag, dass man sagt, dann wenigstens das. Wenigstens mal das kurze Wochenende hier, wie wir auch schon gemacht haben, mal in den Harz, irgendwie so eine Tour, wo man sagt, einen Tag 70 Kilometer hin, nächsten Tag 70 Kilometer zurück. Es müssen nicht die 140. War denn jetzt die Kanaren das erste Mal diese Erfahrung oder hast du das schon vorher auch schon mal gemacht? Ne, das war das erste Mal. Das erste Mal. Und es war auch, ich fand, wir haben eine sehr schöne Kombination gefunden aus mal des Zelten. Da musste es dann aber auch für mich sein, dass wir Kocher und alles dabei haben, dass wir schön abends da unser Zeug brutzeln und morgens heißes Wasser und auf so einen Pulverkaffee drauf. Und das hat dann alles so gepasst. Und dann hatten wir aber auch dann am nächsten Tag mal, das war glaube ich in Fünf Sterne, wirklich ein Top-Hotel, alles edel, schönes Abendessen, schönes Frühstück. Und dann der nächste Nacht war wir da am Fuße vom Tide auf 1600 Meter, was man da ist, haben wir da schön wieder auf einem wirklich komplett basic Campground, was einfach nur ein Pinienwald war, haben wir da wieder gezeltet. Und das war einfach so eine Kombination und so eine Vielfalt und diese Eindrücke. Absolut top. Was mich ja fasziniert ist, dass du auch wirklich euphorisch und wie du das jetzt hier getragen hast, dem ist ja gar nichts hinzuzufügen, aber du ja vom knallharten Radrennsport kommst. Das finde ich ja geil. Ja, deswegen war es ja auch für mich so eine komplette Erfahrung. Das finde ich richtig gut. Also du bist ja voll Feuer und Flamme und du warst auch Feuer und Flamme für den Radsport und bist auch immer noch sicherlich Feuer und Flamme für den Radsport. Aber dass halt beides Platz in deinem Leben da hat. Hauptsache es hat zwei Räder, gell? Ja, nee. Also wie gesagt, da ist ja dann noch Kitesurfen, da sind keine Räder und Skifahren. Also es muss Abenteuer, es muss in der Natur überwiegend außer Zwift sein. Und wie gesagt, ich bin dann immer schon auch offen und bin da wirklich total begeistert und bin auch so happy, sowas jetzt gefunden zu haben. Und es war ja auch nicht die letzte Tour. Und jetzt bist du ja Crossrennen gefahren, Radsportrennen. Was hältst du von Gravelrennen, wo jetzt die UCI ja für uns leider oft, sagen wir, ja auch ihren Einfluss nimmt. Was hältst du davon? Hast du da Interesse dran? Jetzt hast du Bock selber da mal mitzufahren oder ist das eher so, wo du sagst, Gravelbike ist eher Freizeit? Und auch, gute Frage, vor zwei Wochen, ich habe einen Neffen, der natürlich auch Radrennen fährt, war auch Kategorie 2 Team, Straßenrennen. Der ruft mich vor zwei Wochen an und sagt, hier, in zwei Wochen fahre ich so einen Qualifier für die Gravel-WM. Magst du mitfahren? Das ist Felix. Das musst du mir mal Minimum sechs Wochen sagen, weil ich bin halt auch schon über 50 und in zwei Wochen habe ich auch keine Weltklasseform mehr. und da habe ich das eben auch mitbekommen, gerade vor zwei Wochen, der ist jetzt am letzten Wochenende in Italien gefahren und war da total begeistert und hat sich jetzt für diese WM qualifizierten Schild, schickt mir da noch ein Bild, dann auch wieder, wie witzig die ganze Welle ist, schickt mir ein Bild mit dem Davide Rebellin, mit dem ich wiederum in der Profizeit, der ja nie den Absprung anscheinend schafft, der auch da mitgefahren ist, den er hinter sich gelassen hat und wie gesagt, ich mit ihm früh gebettelt habe. Und so gesehen habe ich gesagt, hier, Felix, dies Jahr bin ich draußen, aber nicht ausgeschlossen, dass ich das nächste Mal… Gibt es da Altersklassen-Wettkämpfe? Ja, das wird dann auch so ein bisschen wie der Triathlon in Altersklassen. Das heißt, du kannst Altersklassen-Weltmeister werden. Genau, und man muss sich qualifizieren darüber, die Altersklasse ist nicht ausgeschlossen. Ja, wenn ich die Zeit finde, wäre das natürlich was, was ich vielleicht auch gern mal wieder machen würde. Okay. Also, und muss traumhaft gewesen sein. Also, viel 80 Prozent Naturstraßen und auch ein bisschen Technik, mal Asphalt und muss eine tolle Sache gewesen sein. Und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir das auch mal nächstes Jahr anschaue. Sind da viele ehemalige Profis auch in den Altersklassen unterwegs, außer jetzt, oder hast du nur den einen mitbekommen? Er hat mir von ein paar ehemaligen, hauptsächlich Italienern, weil die meisten Rennen… Ich glaube, nächstes Jahr ist jetzt neu, soll auch eins in Deutschland sein, nächstes Jahr habe ich gehört. Und dieses Jahr waren die meisten Rennen in Italien und da waren dann eben auch viele ehemalige dann Italiener, Rennfahrer, Semiprofis, Profis. Auch da wird das Niveau hart. Ja, ja, ja. Also, wo wir vorhin beim Triathlon waren, die Stars, die schnell Radfahren können, schnell laufen können, das wird immer enger, das Niveau. Auch bei Gravelrennen wird es auch immer enger. Ja, ja, es wird halt auch immer professioneller in Form von, auf Hobbyniveau, aber doch, die richtig sich darauf vorbereiten, die trainieren. Und früher war ja der Triathlonsport, war ja auch eher so ein Aussteigersport und haben ein bisschen was gemacht. Und jetzt ist das ja schon, die Leute nehmen sich da richtig, gehen alle in Trainingslager, das Material ist immer top, da fährt keiner mehr, der irgendwie eine Quali für Hawaii will, der da noch mit einem normalen Rennrad oder so rumfährt, das sind Triathlonräder, Hochprofilfelgen, Topmaterial, Trainingslager. Das ist wirklich, und so, denke ich mal, wird sich das momentan noch, Gravel-Szene eher so ein bisschen hipper und cooler, aber wenn das dann mal UCI, gerade Verbände mit reinkommen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann schon auch, was manchmal nicht förderlich ist. Das ist ja Fluch und Segen, also die alternative Gravel-Szene sagt ja, und wir haben ja auch schon im Podcast drüber geschaut, ach du Scheiß, jetzt fangen die noch an und limitieren uns in den Reifen. Ich meine, da gibt es schon ein Limit von 40 Millimeter. Ich weiß es nicht, aber es fängt schon an. Ja, 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 und beim Triathlon hatten wir ja zumindest, ist zwar auch viel mit Verbänden, aber zumindest war die UCI nicht mit involviert. Wir wollen auch nicht UCI-Bashing machen, aber irgendwie hat man… Schon ein bisschen schon. Man hat so das Gefühl, also ich komme wieder zu, es wird zu viel reglementiert, wo ich sage, ich darf das schon selber entscheiden, ob ich einen Helm aufsetze oder nicht. Das ist jetzt in dem Fall vielleicht das falsche Beispiel, weil das ja auch wirklich für die Gesundheit nicht gerade der Punkt ist. Aber welche Reifenbreite ich fahre, Leute, wir fahren hier im Wald, im matschigen Wald, im Deister, gefälligst, und wir fahren ja gar keine Rennen, fahren wir 650B mit mindestens 2 oder 2,1, 2,2 Stollbreiten Reifen, weil Reifendruck 2 Bar, ich wiege viel, Grip, all so ein Kram. Ich lasse mir doch nicht sagen, dass ich bei 40 Millimeter Reifenbreite aufzuhören habe auf 28 Zoll, was ich da nicht habe. Ja, und da ist die Gefahr. Aber Cyclecross erinnere ich mich dran, dann haben die bei 33 aufgehört, dann kamen die mit ihrer bescheuerten Schieblehre, hatte ich schon fast gemacht, eher Schablone, die Reifen ist ein Millimeter zu bereiten, dann merkst du es noch, Alter. Aber ist trotzdem, wenn ich jetzt dich höre, angefixt bist du, weil es eine Weltmeisterschaft dahinter gibt. Das gäbe es ohne UCI wieder nicht. Das heißt, es bringt auch Leute da rein, die sagen, oh, jetzt habe ich aber Bock. Ja, das sind dann wieder die Gene, die dann einfach durchpoppen manchmal. Aber ist es nicht schön, dass diese Welt eigentlich für jeden was lässt? Also willst du jetzt Frankfurt, die flachen 60 Kilometer, windgeschützter, rumballern und willst du so ein Rennen machen, kannst du das machen? Ja, und hast du Lust, diese Tour zu machen, machst du die Taschen ans Rad und dann ist das was. Ich fand das toll, dass du gesagt hast, es ist ja völlig egal, ob ich 25 oder 23 den Berghof fahre, geschweige denn, dass wir über 38 oder 40 sind. Wenn ich das richtig weiß, musstest du über 50 Jahre werden, um das zu lernen, um diese Erfahrung noch zu machen, dass es gar keinen Unterschied macht. Ja, absolut. Genieße das Leben. Ja, ja. Und du hast mir ja im Vorfeld gesagt, dass du jetzt sogar eine Tour mit deiner Tochter gemacht hast. Willst du uns noch was dazu sagen? Das war, also zumindest hast du, wir haben nicht gesprochen, ob das okay ist, ob ich das erwähne, aber war jetzt ja noch nicht die letzte Tour, die du gemacht hast. Ja, genau, weil ich eben auch so gemerkt habe, ich habe schon viele Urlaube und war an schönen Flecken, aber meistens so diese Abenteuer, die weg vom Mainstream gehen, sind doch diese Geschichten, an die du dich viel mehr erinnerst. Und das will ich natürlich auch meinen Kindern und so ein bisschen weitergeben und die eine Tochter von mir, die ist total, macht Triathlon-Sport leistungmäßig, ist aber auch generell sehr, sehr sportaffin und macht auch jeden Outdoor-Sport. Da hat sie so ein bisschen meine Gene, da habe ich jetzt zum Beispiel zum 18. Geburtstag, was ich schon mal mit dem Basti auch gegangen bin, die Odrut, das ist die bekannteste Alpendurchquerung mit Schia, die habe ich ihr jetzt zum 18. Geburtstag geschenkt, einfach auch so. Hast du ihr geschenkt mit ihr zusammen? Mit ihr zusammen, genau, mit ihr zusammen die Alpen zu durchqueren, das geht von Chamonix nach Zermatt und so habe ich sie halt nur gefragt und habe ihr eben auch davon so vorgeschwärmt, da hättest du Lust? Ja, lass uns doch sowas machen in den Sommerferien und dann sind wir mit dem Zug nach Genf gefahren und sind die komplette Rone lang, knapp 500 Kilometer von Genf ans Mittelmeer und dann hat mir eben, hat ich gedacht, ach komm, dass wir ein bisschen entspannter vorankommen, gehen wir nur in Hotels und haben ein bisschen weniger Gepäck. Jetzt hatte ich aber einen anderen Freund von mir dummerweise so vorgeschwärmt von diesem Bikepacking auf den Kanaren mit Zelt, mit Abenteuer und er war aber immer einer, nee, Zelten geht für ihn gar nicht, da kann er nicht schlafen und kann sich nicht bewegen und ich hatte das jetzt schon geplant mit Hotels und da sagt er, nee, nee, ich habe mir jetzt extra alles zusammengeliehen, ich will jetzt mit dir da zelten. Also musste doch wieder alle Packtaschen dran und wir haben auch jetzt von Genf ans Mittelmeer nach Saint-Marie-de-la-Mer sind wir dann wirklich auch wieder zweimal gezeltet, einmal ins Hotel, in Avignon sind wir ins Hotel, haben da sogar so ein bisschen Sight-Singen gemacht und hatten da wirklich wieder eine superschöne Tour, auch ein bisschen Gravel dabei, viele Radwege, an der Rhone, tausendmal über Brücken. Und ich glaube, das sind halt einfach die Erlebnisse, die mehr hängen bleiben, als hätte ich mit meiner Tochter gesagt, wir fliegen jetzt eine Woche irgendwo in den Club und machen da Cluburlaub. Das ist halt einer von vielen und das glaube ich und das ist zumindest so bei mir und bei ihr aber auch so, das sind einfach die Dinge, von denen man viel mehr zehrt, von denen man viel mehr erklären kann und erleben kann, von den Erlebnissen erzählen kann, als man sagt, ja, ich war eine Woche irgendwo im Club und habe tagsüber in der Sonne gelegen, gab gutes Essen morgens und abends. Und ja, das war unser Tag und jetzt erlebst du halt viel mehr und alles. Super, ja, also bessere Werbung kann man für diese Art Fahrradfahren nicht machen, finde ich super. Habe ich mir aber auch schon gedacht, denn die Idee mit dem Podcast kam eigentlich durch der Kanaren, durch die Kanaren-Sache, dass ich sagte, geil, also jemand, der Tour de France gefahren ist und eine Kanaren-Tour mit Packtaschen macht, der muss was erzählen. Das hast du ja auch. Ja, absolut, ja. Ja, schöne Gegensätze. Jetzt würde ich zum Abschluss, haben wir eigentlich eine abschließende Frage nur noch, was war die geilere Zeit? Ist es das Graveln heute? Ist es das Bikepacking? Ist es die ersten Cross-Rennen-Erfahrungen als Jugendlicher? Ist es die Tour de France? Profi-Peloton? Jetzt nicht sagen, alles, sondern was ist die geilere Zeit? Also es ist noch schwieriger als die AB-Fragen wahrscheinlich. Ja, 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 ist noch viel schwieriger. Ich glaube, da brauche ich mir nochmal so viel Zeit auf alles zu antworten. Aber wenn ich vom Hier und Jetzt spreche, ist es jetzt das, wo ich jetzt angekommen bin, das Entschleunigte, Genießen, Genussfahren, Gravel. Nichtsdestotrotz, klar, ich würde mein Leben, wenn mich einer fragen würde, würdest du das nochmal so machen? Ich würde es genauso nochmal machen. Aber es war eine sensationelle Zeit, die ich erleben durfte in diesem Hype von Radsport, schon ein gewisser Star-Status zu haben als Profi, was halt eben nur ein paar wenige geschafft haben, eben da überhaupt hinzukommen. So gesagt, ich würde alles wieder machen, aber wenn man mich jetzt fragt, jetzt hätte ich keinen Bock mehr, Tour zu fahren und jeden Tag irgendwie nur zu leiden, sondern ich hätte jetzt tausendmal mehr Bock, wieder zu starten und irgendwo, was auch nicht das Letzte war, wir haben jetzt schon wieder gesprochen, irgendwie, keine Ahnung, ob man dann irgendwas, wieder ein Abenteuer abseits der Zivilisation auf jeden Fall machen will. Also alles hatte seine Zeit. Aber Rennen, trotzdem wird es noch Ironman-Qualifikation, also dieses Rennen-Gen bleibt trotzdem erhalten. Also das muss ja erhalten bleiben wegen dieser fünf Jahre. Wegen der Mehrversprechen. Sonst würdest du es jetzt sagen, okay, lässt es. Genau, ich sage, was ich mache und ich mache, was ich sage. Und deswegen, ich habe gesagt, alle fünf Jahre und da muss ich wieder ran. Aber das ist mehr so, auch eigentlich da ist das Rennen so zweitrangig, sondern es ist die schöne Zeit. Da kommen auch meistens immer mehrere Freunde mit. Das heißt, wir haben eine schöne Zeit da gemeinsam. und es ist auch einfach wieder das Erlebnis der Zeit. Und gerade jetzt der Ironman Hawaii, den habe ich jetzt Zeitprofi schon lange abgeschlossen. Da ist wirklich kein Battle bei mir, sondern da bin ich, da gucke ich, da ich den Tag irgendwie rumbekomme. Und aber davor und danach ist ja eigentlich das Schöne, gerade in Hawaii, da ist ja immer das Schwimmtraining morgens. Und da schwimmen mittlerweile meine Freunde, die sind nicht alle Profisportler oder Triathleten, ganz im Gegenteil. Aber die können schwimmen. Das heißt, da schwimmen wir morgens alle um sechs dahin, holen uns den Kaffee an dem Kaffeeboot. Also mittlerweile ist in meinem Leben schon vorrangig das Erlebnis und die schöne Zeit mit Freunden, mit anderen gemeinsam haben. Und der Battle, der kommt immer mal wieder durch, aber ist nicht mehr so vorrangig. Prima. Ja, vielen Dank. Also Kai, 100 Mark, ich hoffe, alle unsere Zuhörer hatten genauso viel Spaß wie wir. War super interessant. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke. Der etwas kürzere Podcast bei uns. Das Codewort war irgendwo zwischendrin, ich habe es schon wieder vergessen. Abgezogener Hase. Abgezogener Hase. Wir haben immer so ein Codewort, was Leute, wenn wirklich Leute bis mehr als über die Hälfte unseres langen Podcasts, wir sind jetzt bei zwei Stunden 40, gehört haben, dann schreiben die manchmal das in die Kommentare, um zu zeigen. Sie haben es gehört. Dann aufmerksam dabei. Dann aufmerksam dabei. Also vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen Dank dir, Kai, nochmal fürs Kommen. Alles klar. Und dann bin ich sehr gespannt. Aufs nächste Abenteuer. Du bist wahrscheinlich gespannt, jetzt deinen Hund abzuholen. Ja, absolut. Das ist jetzt das nächste Highlight. Alles klar. Okay, tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. Bis zum Bes Exc computer. Tschüss. Ciao.